Guten Abend. Seit Tagen zeigt der Judenhass seine hässliche Fratze in Deutschland. Ob von rechtsextremistischer, linksextremistischer oder radikal-islamischer Seite, das Feindbild, die Bilder sind dieselben. Nach der Befreiung von Hitler hieß es, nie wieder, an keinem Tag ist seitdem dieses Versprechen gehalten worden in unserem Land. Und darüber will ich diskutieren mit Paul Simiak, dem Generalsekretär der CDU, mit Seran Atesch, Rechtsanwältin und Frauenrechtsaktivistin, mit Ben Salomo, Rapper mit israelischen Wurzeln und mit Johannes Boje, dem Chefredakteur der Welt am Sonntag. Herr Simiak, macht Ihnen der Judenhass Angst? Ja. Ja. Denn eins, es ist ja, viele sagen jetzt in diesen Tagen, wir stehen an der Seite der Juden in Deutschland. Wir verteidigen euch. Das ist mit Sicherheit auch richtig und gut gemeint. Aber es macht mir deshalb Angst, weil ich weiß, es sind ja Angriffe nicht gegen eine Gruppe, die irgendwo anders steht, sondern Judenhass ist Menschenhass. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss jedem dieser Hass und auch diese Angriffe Angst machen. Und deswegen bin ich nicht getrieben beim Handeln als Politiker nicht von Angst, aber persönlich macht mir es Angst und als Politiker bin ich umso mehr entschlossen. Beschreiben Sie mir ein bisschen diese Angst. Was ist das, wenn Sie sagen, ja? Es ist ja das Wissen aus der Geschichte heraus, dass es ja irgendwann beginnt, wenn wir große Reden halten über die deutsche Geschichte, über den Nationalsozialismus, über die Frage übrigens von Völkermorden. Völkermorden, die Schoah war singulär, aber es gab ja auch andere Völkermorde. Das ist ja nicht ein Zustand, der plötzlich hereinbricht, sondern es sind kleine Mosaikstücke, die dann später zu einem Mosaik werden. Und die Frage ist, wann beginnt dieses Mosaik sich zu vervollständigen? Und ich habe die Sorge, dass wir heute in einem Land leben, in dem heute Dinge ausgesprochen werden, die vielleicht vor einigen Jahren undenkbar waren. Das heißt nicht, dass viele Menschen, die wir jetzt laut sehen auf der Straße, die ihre Maske abgenommen haben, dass die nicht so gedacht haben. Aber Unsagbares ist sagbar geworden. Und deswegen treibt mich das sehr um. Herr Simiak hat gerade gesagt, jetzt und das so betont. Gilt dieses Jetzt auch in Ihrer Wahrnehmung? Nein, also ich muss sagen, dass hier, wo wir jetzt sind, für mich ist das schon fast, wenn nicht sogar, das letzte Viertel dieses Flurs, den man hätte nie betreten dürfen. Und man hat ihn schon vor vielen Jahren oder gar Jahrzehnten betreten. Und dieses nie wieder diesen Flur betreten, ja, das ist halt einfach nie geschehen. Also ich und viele andere Juden in Deutschland, ich bin jetzt 43 Jahre alt, wir können von diesem Antisemitismus in diesem Land am eigenen Leib erfahren und erlebt, angefeindet, manchmal physisch, manchmal in Anführungsstrichen nur verbal und das tut manchmal noch mehr weh als physisch. Davon können wir mindestens 30 oder auch 40 Jahre sprechen. Anschulen, insbesondere an Schulen, ja, da habe ich das so oft erlebt. Oder in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, hier in Berlin-Schöneberg. Das hat wirklich unsere Freiheit hier massiv eingeschränkt für viele. Und wenn Sie sagen, Sie haben Angst, fühlen Sie das richtig? So denken Sie, wie wir das fühlen? Ich bin mir sicher, nein. Weil ich laufe ja selten privat zum Beispiel mit einer Kippa. Ich auch nicht. Ja, Sie auch nicht, aber es gibt Menschen, die tun das und deswegen sage ich, weil kann man das Gleiche fühlen, ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man jeden Tag zum Beispiel eine Kippa trägt, ganz bewusst, einer meiner Mitarbeiter tut das, der erlebt etwas anderes, als ich es erlebe. Deswegen ist es ein anderes Gefühl, aber es ist trotzdem in der gleichen Kategorie, nämlich große Sorge zu haben, was ist. Aber beschreiben Sie doch, wenn Sie die Frage an Herrn Simiak gestellt haben, beschreiben Sie uns doch ein wenig, was Sie für eine Angst empfinden. Was macht das mit Ihnen? Also, ich erzähle einfach mal mein erstes antisemitisches Erlebnis. Da war ich halt gerade elf Jahre alt und das hatte ich nicht mit irgendeinem Fremden von der Straße, irgendeinem Nazi, der dahergelaufen ist und irgendeine Parole gerufen hat, sondern ich hatte dieses erste antisemitische Erlebnis tatsächlich damals mit meinem allerbesten Freund. Und wir waren zwei Jahre wirklich die besten Freunde, wir haben wirklich sehr vieles miteinander unternommen und irgendwann aus dem Nichts heraus, in diesem Alter mit elf, fragte er mich das allererste Mal, woher ich komme und was ich bin. Und ich war mit dieser Frage das erste Mal überhaupt konfrontiert gewesen, wir haben noch nie darüber gesprochen gehabt. Er war wie ich, ein südländischer Typ, sage ich mal, aus einer migrantischen Familie, genauso wie ich. Wir waren wirklich ein Herz und eine Seele in dieser Zeit. Und diese Frage, die kam öfter auf, weil in Berlin, wo ich aufgewachsen bin, in Schöneberg, das war sehr früh ein angenehmer, multikulturell geprägter Bezirk und es gab da unterschiedliche verschiedene Familien, türkischstämmige, arabischstämmige, ein paar wenige jüdische Familien, natürlich Biografiedeutsche, wie man das heute auch nennt, und so unterschiedliche, aber wenn man dann so südländisch aussah, wie wir das damals aussahen, dann wurde man neugierig. Ja, woher kommst du, was bist du? Diese Frage tauchte öfter auf. Und als er mich dann fragte, antwortete ich ganz offen, weil für uns war das, also für mich war das völlig normal zu sagen, woher ich komme, weil ich bin in Israel geboren worden, ich kenne das, frei zu sein, auch zu Hause, wir haben Hebräisch gesprochen. Naja, und als ich ihm das so erzählte, an dem Tag weiß ich nicht mehr, wie er da reagierte, aber am nächsten Tag kam er gleich leider an mit ein paar älteren Jungs und zu dritt kamen die und wollten mich verprügeln. Mein bester Freund, mit dem ich vorher zwei Jahre wirklich alles unternommen habe, für ihn war diese Freundschaft von einem Tag auf den anderen einfach wie per Knopfdruck aus. Und für mich, nachdem ich da diese Prügelei überstanden habe, war das nicht nur das Klarkommen mit den Wunden, die man hat, da ja jetzt körperlich oder so, sondern es war halt die Frage, sich zu stellen, was bedeutet Freundschaft überhaupt mit elf? Muss man sich fragen, was bedeutet das, Freundschaft mit jemandem aufzubauen? Für mich war das so, was Heiliges, ja, wäre ich mit ihm nicht im selben Fußballteam gewesen, dann wären wir beide traurig gewesen, ja, oder nicht in der Schule, nicht nebeneinander gesessen, dann wären wir beide traurig gewesen. Aber das war einfach von einem Tag auf den anderen vorbei und ich musste mich dann auch danach fragen, wie gehe ich in Zukunft damit um, wenn ich gefragt werde, woher ich komme, was ich bin? Diese Erfahrung haben ja viele, wenn sie, ja, wenn sie in Anführungsstrichen identifiziert werden, weil Kinder erzählen jetzt nicht, ich bin katholisch, ich bin protestantisch, ich bin muslim oder jüdisch, sie spielen miteinander. Aber Sie, Herr Burje, wenn ich es richtig recherchiert habe, sind 37 Jahre alt. Sie sind also die Enkelgeneration, auch wie Sie, Herr Zimiak. Die dritte Generation sind Sie nach der Befreiung von Hitler. Berthold Brecht hat einmal gesagt, ich zitiere, Das, was Herr Salomo gerade eindrücklich geschildert hat als erlebten Antisemitismus aus seiner jüdischen Perspektive, ist eine Schande für dieses Land, ist etwas, für das ich mich schäme. Wie Sie richtig in Ihrer Anmoderation gesagt haben, das Nivido wurde keinen einzigen Tag wirklich eingelöst. Und wir haben eben jetzt in diesen Tagen die größten antisemitischen Ausschreitungen, Hasswellen öffentlich gesehen seit 1945. Ich sehe es an dem Punkt ein kleines bisschen anders als Paul Zimiak. Es ist jetzt offenbar geworden, aber es ist schon seit vielen, vielen Jahren da. Den ersten Al-Quds-Marsch, also dieses von Iran angestrebte Propaganda-Ding rund um die Welt, gab es in Berlin 1996. Und wir haben eben diesen migrantisch geprägten Antisemitismus als Gesellschaft, sicher auch die Politik, auch einige Medien systematisch vernachlässigt, so dass es jetzt zu diesem großen Problem kommen konnte, das jetzt offenbar wird. Und dass das eben in Deutschland sich so manifestieren konnte, zeigt, dass wir das Thema Antisemitismus nicht ernst genug behandelt haben in den letzten Jahrzehnten. Und die Situation, wie sie jetzt ist, ich wiederhole mich da nochmal, ist eine, für die man sich als Deutscher nur schämen kann. Wir werden darauf zurückkommen, nur das möchte ich dann doch in die Diskussion gleich einfließen lassen. Ganz ehrlich gesagt, ich lebe jetzt schon seit über 50 Jahre hier. Und wenn Sie wüssten, was ich alles an Antisemitismus gesehen habe, wenn Sie sagen, das war jetzt das Schlimmste, dann würde ich Sie gerne in die 70er Jahre mitnehmen, in die 60er, Autobombenanschläge von Rechtsextremisten. Also wir werden heute Abend bestimmt über viele Formen diskutieren. Und mein erster Eindruck ist, wir sollten jetzt noch nicht die eine oder andere Form des Antisemitismus als die höchste bewerten. Das sollten wir in Ruhe nochmal diskutieren. Aber das Stichwort ist ja gerade gefallen. Migrantisch, auch Muslime. Sie sind Muslime, Frau Artisch. Auf der einen Seite erleben Sie auch Islamophobie. Also Sie erleben ja auch Diskriminierung von der deutschen Gesellschaft in Teilen. Auf der anderen Seite, so wie wir alle, wir sind ein Teil dieses Landes, erleben Sie den Judenhass. Wie erleben Sie den? Zunächst einmal möchte ich bestätigen, was Herr Boll gesagt hat und Herr Bendis gesagt hat, dass ich das auch schon viel länger sehe. Also, dass Sie sagen, dass jetzt Masken fallen. Die Masken waren sichtbar. Also da würde ich auch ein wenig widersprechen. Und selbstverständlich, Sie haben vollkommen recht, dass in den 70ern und 60ern, 80ern auch Antisemitismus existierte und der durchaus in Teilen wirklich bestialisch und brutal war. Das, was aus dem muslimischen Kontext vor allem kommt, das war sehr sichtbar, auch schon in den 70er, 80ern. Und wenn Sie sagen, also wir haben da nicht hingeguckt oder wir haben nicht reagiert, dann will ich Menschen wie uns hier gerade nicht einschließen. Also, dass wir hier am Tisch, also ich glaube, dass wir da schon relativ sensibel waren, aber es gab nicht die Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit und die Akzeptanz, über diese Themen zu sprechen. Man hat vor allem, wenn es um Muslime ging und Migranten ging, sehr schnell die Rassismuskeule rausgeholt und die Islamfeindlichkeitskeule rausgeholt, so wie Sie das gerade gesagt haben. Ja, wir sind von Islamfeindlichkeit betroffen, von der rechten Seite, aber ich kann Ihnen sagen, dass liberale Muslime wie ich immer wieder versucht haben, mindestens seit den 80er Jahren, wirklich sehr laut zu schreien, bitte schaut nicht nur auf den Rechtsextremismus auf der urdeutschen Seite, sondern schaut auch bitte auf den Rechtsextremismus und nichts anderes ist das bei den vielen Leuten, die jetzt gerade auf diesen Demonstrationen laufen. Das sind Faschisten, das sind Nationalisten und das sind Rassisten, die da laufen, ja, und sie sind Antisemiten, die sie nicht jetzt erst sind in der dritten Generation, sondern diese Menschen gab es in den 80ern schon. Und ich will hier nicht meine Biografie aufdischen und so viel immer damit kommen, was viele Leute langweilt und mich ja auch inzwischen, ja, aber ich kann Ihnen wirklich nur dieses eine Ereignis sagen, wo ich angeschossen wurde 1984 und wir damals eben die, die wach waren und das sahen, so laut, wie wir nur konnten, versucht haben, Politik, Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Gruppe von Militanten, türkischen Rechtsextremisten gibt, die demokratiefeindlich sind, die antisemitisch sind, die in unserer Mitte Freiheiten missbrauchen und nutzen, um Freiheiten einzuschränken. Und dazu gehören die Grauen Wölfe, dazu gehören Organisationen wie die Milli Gürich, dazu gehört eben der Al-Quds-Tag. Wie kann so etwas sein? Wir liberalen Muslime, säkularen Muslime haben Angst vor diesen Muslimen. Und auch das haben wir laut und lauter und immer wieder rausgeschrien. Wir waren nicht leise in dem, was wir da getan haben. Und deshalb finde ich es in Ordnung, dass endlich darüber gesprochen wird, dass es einen muslimischen Antisemitismus gibt. Aber der ist nicht neu. Der ist mit der Gastarbeitergeneration gekommen. Ich bin 1969 nach Berlin gekommen, seit 52 Jahren hier. Das heißt, wir haben beide viele Sachen gleichzeitig und gemeinsam erlebt. Und ich kann Ihnen sagen, in Istanbul geboren, als Kind von einem kurdischen Vater und einer türkischen Mutter, kenne ich den Rassismus zwischen türkisch-kurdisch. Ich kenne die Feindlichkeit von türkischen Nationalisten gegenüber Griechen. Es ist ja fast schon ein naturgegebenes Ereignis. Wir müssen sie hassen. Warum? Ja, weil wir Türken sind und das sind Griechen. Und den Antisemitismus. Wir werden damit erzogen. Und manche haben die Wende geschafft. Und ich will unterstreichen, dass ich der Ansicht bin, dass die Mehrheit der Muslime Freundschaft oder auch friedlich mit Juden zusammenleben schafft. Es sind hier radikale Terroristen. Es sind Terroristen, die absolut identisch sind mit den Rechtsextremisten. Um die muss man sich kümmern. Also man muss sich kümmern, Herr Zimjak. Während wir das hier diskutieren, ich versuche das immer noch am Anfang unseres Gesprächs schon ein bisschen auszubalancieren. Wir hätten vor ein paar Monaten hier sitzen können, als ein Anschlag auf eine Synagoge in Deutschland in Halle stattgefunden hat. Dann hätten wir das Scheinwerferlicht dann auf Deutsche. Ich weiß gar nicht, ob man sie rechtsextrem oder sonst extrem nennen kann. Auf jeden Fall Verbrecher, Mörder und Judenhasser gerichtet. Deswegen auch noch mal die Frage an Sie. In welchem Zustand befindet sich denn die Gesellschaft im Verhältnis zu dieser doch konstituierenden Identität, wie wir irgendwann mal uns versprochen haben, jedenfalls nach 1945, zur Staatsräson aufgebaut wurde. Judenhass darf es nicht mehr geben. Also jetzt wurden ganz viele Dinge, wenn ich das sagen darf, zusammen betont und zusammen angesprochen. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen trennen. Also wenn wir über das nie wieder sprechen, deswegen will ich ein bisschen einen optimistischeren Blick auf dieses Land werfen, weil Sie sagen, dieses nie wieder ist nie eingehalten worden. Wenn nie wieder den Schlusspunkt meint, dann können wir Gott sei Dank sagen, es ist von Beginn an der Bundesrepublik bis heute natürlich eingehalten worden. Auch für unseren Einsatz nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus. Wenn es die Anfangspunkte betrifft, da gebe ich Ihnen recht. Die Anfangspunkte wurden und werden immer wieder von unterschiedlichen Seiten überstritten. Und trotzdem leben wir heute, das will ich sagen, in einer Gesellschaft, die sensibler wahrscheinlich ist, auch gesellschaftlich darüber sich auseinanderzusetzen, als vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten. Deswegen schauen wir mehr hin. Und gleichzeitig, wenn es um die Strukturen geht, beispielsweise im Bereich radikaler Islamisten, haben wir heute, das ergeben auch die Verfassungsschutzberichte, andere und vor allem organisierte Strukturen, die es in den 80er, in den 70er, in den 60er Jahren so nicht gegeben hat. Das sieht man beispielsweise mit Organisationen, die auch verboten werden, die hier versuchen, Geld einzusammeln. Das Anwerben von jungen Deutschen für den Krieg damals, vor einigen Jahren des IS, da gab es dann auch Haftstrafen. Diese Herausforderung für die Sicherheitsbehörden hat es in dieser Form in früherer Zeit nicht gegeben. Und wir leben in Wies, der Zustand der Gesellschaft. Ich habe den Eindruck, weil Sie Halle angesprochen haben, dass wir eine große Stärke darin haben, Dinge aufzurechnen, immer wenn es punktuell passt. Also bei Halle ist dann das große Thema Gewalt von rechts, Antisemitismus von rechts. Passiert etwas, passieren Anschläge von linker Seite oder auch Antisemitismus von linker Seite. Es ist der Linksextremismus. Jetzt haben wir die Bilder gesehen, jetzt sprechen wir über Antisemitismus, der zugewandert ist. Und ich würde uns wünschen, wenn wir die Kraft hätten, nicht nur aufzurechnen, sondern zu differenzieren und einfach anzuerkennen, alle drei Bereiche, auch übrigens einen bürgerlichen Antisemitismus, den es immer noch gibt, wenn man sagt, die Juden machen ein gutes Geschäftle und so weiter, das liegt eben im Blut. Das liegt eben im Blut. Nicht miteinander aufzurechnen, sondern sich allem anzunehmen und zu differenzieren in der Frage, woher kommt das eigentlich und wie tolerant sind wir? Also ich finde das sehr spannend, was Sie sagen, Herr Zimiak, und kann dem nur zustimmen, man muss das differenzieren. Meines Erachtens nach ist es so, dass es drei verschiedene Arten von Antisemitismus mal grob gegliedert in Deutschland gibt. Das ist der rechtsextremistische oder rechtsradikale, das ist der linke, defundiert ins linksradikale, linksextremistische und das ist der migrantisch geprägte. Und nach meinem Dafürhalten sind alle drei gleich widerlich, alle drei Teil der gleichen Schande. Aber der Unterschied ist für mich eben, wie wir damit umgehen. Und ich habe das Gefühl, dass wir zum großen Glück, das dürfte gar nicht anders sein, als Gesellschaft, auch die Politik, das sogenannte Mainstream, sehr hellwach ist, wenn es um den rechten oder rechtsextremen Antisemitismus geht. Ist das genug? Niemals. Es kann niemals genug sein. Auch dort gibt es offene Flanken, auch dort gelingt es widerwärtigen Rechtsextremen immer wieder irgendwie reinzustoßen und ihren widerwärtigen Sachen zu verbreiten. Aber es ist zumindest was, wo man hellwach ist und wo man schon ein sehr frühes Wehret den Anfängen hat. Wenn Hans-Georg Maaßen in den Verdacht gerät, sich einer entsprechenden Sprache zu bedienen, zögert die Gesellschaft zum Glück nicht, in eine tiefere Hermeneutik einzusteigen und wirklich darüber zu diskutieren, was hat er gemeint, was ist das für eine Wortwahl. Finde ich gut, völlig unabhängig vom Urteil, das bei Herrn Maaßen zu stehen hat. Finde ich gut, dass man so wach ist. Was nun den linken Antisemitismus gibt, und Herr Friedmann hat es ja schon angedeutet, direkt angefangen ab 1945, dann mit der Generation der Kinder, der Täter, Kunzelmann, Bombe im jüdischen Gemeindehaus, die Entführung des Air France-Flugs nach Entebbe, wo zum ersten Mal seit des Holocaust wieder getrennt wurde, wer ist Jude, wer ist nicht Jude. Das waren Linke. Und trotzdem ist der linke Antisemitismus etwas, das nicht so hart verfolgt wird, nach meinem Dafürhalten, wie der rechte. Das ist eine interessante Bemerkung, weil er auch bei den Demonstrationen in diesen Tagen mitverknüpft ist. Und ob wir wirklich so hellwach sind, wie Herr Boje meint, darüber reden wir gleich, wenn es um den Rechtsextremismus ist, nach der Werbung. Herr Salomon, in den letzten Jahren, wir sprachen gerade über den Rechtsextremismus und ob die Gesellschaft was gelernt hat und ob wir uns verändert haben oder ob wir da wacher geworden sind, was diese Fragen angeht. In den letzten Jahren, spätestens seit die AfD in allen Parlamenten gewählt wurde, noch mal nach Halle, aber nun auch mit der Radikalisierung der islamischen Community, denken immer mehr Juden und Jüdinnen darüber nach, will ich in Deutschland leben, kann ich in Deutschland leben, Sie auch? Also diese Frage beschäftigt mich wirklich schon mehrere Jahre. Und ich spreche oft mit meiner Familie, ich sehe nämlich diese Entwicklung eben schon seit meiner Kindheit. Und wie gesagt, wenn wir jetzt diese Ausbrüche sehen der letzten Wochen, das ist nicht neu. Also abgesehen davon, dass wir dieses jährlich einfach mit diesem Al-Quds-Marsch immer wieder haben, diese Hass-Aufmärsche, haben wir auch 2014 diese Aufmärsche gesehen. Also das ist halt einfach schon lange so unerträglich. Und das bringt mich halt auch zu dieser einen Sache, dass eben 2014 diese Synagoge in Wuppertal mit Molotow-Cocktails beworfen wurde. Und es war einfach für mich und nicht nur für mich, für die ganze jüdische Community unglaublich zu lesen, dass tatsächlich 2017 das Düsseldorfer Oberlandesgericht entschieden hat, dass dieses antisemitische Hassverbrechen auf eine Synagoge in Anführungsstrichen zu weit gegangen eine Israelkritik gewesen ist. Das ist doch eigentlich eine Steilvorlage für das, was wir jetzt sehen. Und das sind so Dinge, die vielen Juden hier in Deutschland langsam, langsam irgendwie das Gefühl geben, bei manchen früher, bei manchen später, je nachdem, wie tief diese Intuition verankert ist, zu spüren, wann sich so ein wenig diese Dinge in der Gesellschaft verändern. Die Juden, die heute leben, die, die das spüren, das sind die, die früh genug diese Sensoren hatten, um zu erkennen, wann man irgendwie noch fliehen kann. Das sind die, die eben nicht ermordet wurden, weil die es erkannt haben. Und so erkenne ich das auch schon seit Jahren. Wie kann das sein? Und das sind ja keine Einzelfälle. Wir haben halt auch die Situation, dass beispielsweise ehemalige Sängerknaben einfach vor Gericht gehen können und dann erstreiten können, dass man sie nicht Antisemit nennen darf, obwohl sie eigentlich ganz deutlich eindrücklich zeigen. Und auch die Juden, die das spüren, die eben in der Sprache diese Sensibilität haben, zu erkennen, da ist etwas. Und dann wird per Gericht das so entschieden. Das ist so, für mich als Holocaust, also als Nachfahre von Holocaust-Überlebenden wird durch sowas, durch so ein Gerichtsurteil in Deutschland das Vokabular aus dem Mund gebraucht. Wenn Sie noch kurz erzählen, was das ist mit den Sängerknaben. Ja, also das ist Xavier Naidoo. Also der wurde da freigesprochen davon, dass man ihn Antisemit nennen darf, obwohl er auch dann im Nachhinein noch unglaublichere antisemitische Auswüchse gezeigt hat auf seinem Telegram-Kanal. Und wie gesagt, für uns Nachfahren von Holocaust-Überlebenden wird per deutschem Gerichtsbeschluss von einem Gericht in Nürnberg auch noch das Vokabular aus dem Mund geraubt, um die Antisemiten in unserer Zeit als das zu nennen, was sie sind. Und das ist skandalös. Aber ich will, nachdem Sie diese Beispiele genannt haben, noch andere Beispiele auch nehmen. Ich kann nur sagen, wie es mir zum Beispiel geht. Wenn ich in Chemnitz mir angeschaut habe, wie Deutsche mit dem Hitlergruß unterwegs sind. Wenn wir uns alles anschauen, auch im Netz, darüber werden wir später noch reden, mit welch einer Enthemmung, ob in Freital, in Heidenau, aber auch im Westen der Republik seit Jahrzehnten, wir diese Nostalgie, was Hitler angeht, anschauen. Und ich will es noch mal sagen, diese AfD, die ja in allen Landtagsparlamenten sind und die, wie es so aussieht bei der nächsten Bundestagswahl, ja wieder, wenn nicht zweistellig, jedenfalls hocheinstellig gewählt wird. Wo der Vorsitzende Gauland Hitler zum Vogelschiss der Geschichte erklärt, wo ein Herr Höcke in seiner Brutalität alles sagt, obwohl man ja in diesem Land eigentlich nicht sagen darf und trotzdem alles sagt. Wenn man auch das, die Nationalzeitung, die NPD, wenn man sich das alles anschaut, wie weit beeinträchtigt das auch diese Erfahrungen? Die Frage, warum leben wir hier, warum lebe ich hier? Wollen Sie, können Sie sich vorstellen, auch das Land zu verlassen? Also wie gesagt, wir reden viel darüber und eigentlich in unserer Familie wird eigentlich die Vorstellung immer konkreter, dass wir nicht uns vorstellen können, unsere Kinder hier in Deutschland aufwachsen zu lassen. Und das ist auch nicht bloß irgendwelche Einzelfälle. Ich kenne inzwischen viele Juden auch in meinem persönlichen Umfeld, die entweder schon konkret planen oder schon ihre Kinder beispielsweise vorbereiten, irgendwas zu lernen, was zu studieren, was vielleicht halt auch in Israel gebraucht wird. Oder wirklich auch Leute, die das Land schon verlassen haben. Also da gibt es schon einige, die die Zeichen der Zeit so deuten. Und ich muss wirklich sagen, dass ich auch zu denen gehöre. Und ich weiß, dass es Leute, die noch vor einem halben Jahr, wenn ich immer sehr warnend war, seht doch, was sich hier entwickelt, dass sie mir gesagt haben, ach nein, so schlimm ist das nicht. Und jetzt spätestens sind das die Leute, die mir sagen, ich glaube, du hattest recht. Herr Simiak, Sie haben ja gesagt, Sie spüren das. Sie kämen aber ja nicht auf die Idee, sich die Frage zu stellen, kann ich hier noch leben, oder? Nein, das kommt für mich nicht in Frage, gar nicht in meiner Gedankenwelt, sich diese Fragen zu stellen, weil ich, aber da bin ich natürlich, ich bin Abgeordneter eines, des Bundestages, ich bin Mitglied eines Verfassungsorgans. Also wenn wir jetzt beginnen würden, die selbst dafür Verantwortung tragen, eine große Verantwortung, nicht die alleinige, aber eine große Verantwortung zu überlegen, kann man hier leben, wäre das falsch? Und ich sage es nochmal, es gab noch nie so ein offenes, tolerantes Deutschland, wie wir es heute haben. Das heißt, nicht ausblenden jetzt von irgendwelchen Problemen, aber trotzdem die Feststellung, die Feststellung zu teilen. Und ich will nur eins hinzufügen, wenn Sie das sagen, dann blutet einem, ich glaube einem, egal ob man Politiker ist oder nicht, das Herz, wenn Juden darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen. Aber da muss man doch was dagegen tun. Ja, natürlich, aber lassen Sie mich den Satz nochmal zu Ende sprechen. Ich glaube auch, und das gehört zu Wahrheit dazu, es hat nochmal, die Erlebnisse auch von Antisemitismus sind, auch wenn Sie sich anschauen in Deutschland, unterschiedlich geprägt. Ich will nur sagen, dass beispielsweise, dass Menschen, wir haben das hier in Berlin erlebt, mit einer Israel-Fahn oder mit einer Kippa angegriffen wurden. Es gibt, ich kann das für meine Heimat sagen, wäre das unvorstellbar aus verschiedenen Gründen. Also es ist so, dass es nicht das Land ist und nicht der Staat, sondern es sind Einzelne und es sind Milieus, in denen so etwas toleriert wird oder sogar gefördert wird. Das will ich nur sagen. Und zu dem Tun, natürlich tun wir was dagegen. Also zu glauben, dass Politik in Deutschland nichts gegen Antisemitismus tut und einfach die Hände in den Schoß legt, das ist falsch. Aber ich würde mich dann doch interessieren, Sie haben ja eine eigene, unmittelbare Betroffenheit. Sie sind Abgeordnete, wie Sie es gerade gesagt haben, im Bundestag. Und nicht weit von Ihnen sitzen Abgeordnete einer Partei des Hasses. Und diese Abgeordnete haben eine Nostalgie gegenüber auch judenhassender Narrative. Sie sind antidemokratisch. Also Sie erleben doch auch ganz unmittelbar, vielleicht aus einer anderen Perspektive als Herr Salomo, dass sich etwas, wie ich finde, substanziell verändert hat. Es ist das erste Mal, dass so eine Partei, die mittlerweile völlig nackt dasteht, was ihre Geisteshaltung ist und wiedergewählt werden kann. Immerhin knapp zehn Prozent, das sind Millionen Menschen. Sie erleben doch in der politischen Realität auch etwas, wo man, glaube ich, in diesem Kreis noch vor fünf oder zehn Jahren gesagt hätte, das ist undenkbar. Wenn aber das Undenkbare denkbar wird, auch in Ihrer Erfahrung, was macht das dann doch mit Ihnen, auch als Person oder auch als Politiker, als jemand, der im Bundestag sitzt? Die größte Sorge, die ich habe und das beobachte, wenn Sie jetzt über das parlamentarische Geschehen ansprechen, ich würde Ihnen widersprechen in der These, so habe ich Sie verstanden, dass die Abgeordneten der AfD per se alle Antisemiten sind. Dem widerspreche ich in den Gesprächen, die man dann doch hier und da führt und das mitbekommt in den Wortmeldungen. Was ich aber allen zum Vorwurf mache, ist das Dulden und das Kochen der Suppe eben auf diesem Gedankengut und in einer Partei zu sein mit einem Herrn Höcke, der zum Beispiel diese Dinge gesagt hat. Und was ich erlebt habe und immer wieder erlebe, ist, dass Antisemitismus im Bereich der AfD-Unterstützer, der sieht anders aus als beispielsweise radikal-islamischer Antisemitismus, da geht es darum, dass große Konzerne, Eliten und vor allem dann stecken die Juden dahinter, dass dieses Narrativ immer wieder geprägt wird und dann zum Widerstand aufgerufen wird gegen diese Systeme. Angela Merkel, Medien und viele andere spielen dort eine Rolle und AfD-Funktionäre und Abgeordnete sich diesen Vorurteilen bedienen und dem nicht widersprechen. Aber geistige Brandstiftung ist eigentlich das, was Herr Ziemiak gerade beschreibt. Und diese geistige Brandstiftung wird ja relativ schamlos, das ist relativ, nehme ich übrigens jetzt weg, mein Denkfehler, wird schamlos gerade von der AfD oder anderen Gruppierungen in Deutschland heraus geschrien, gebrüllt, wie man sich das noch nie vorstellen konnte. Und ich will nochmal darauf zurück, mit einer parlamentarischen Legitimation. Es ist ja noch was anderes, ob sie Springerstiefel sind mit den Glatzen oder Bundestagsabgeordnete. Und auch das will ich nur für Sie mitnehmen. Wenn ich weiß, dass ich am selben Tisch mit Antisemiten sitze und nichts tue, damit ich weiter am gleichen Tisch sitze, dann hat man das im Strafrecht früher Mittäterschaft genannt. Und wie viel von diesen subkutanen und realen Brandstiftungen erleben Sie? Und ist Ihr Eindruck, das ist mehr geworden? Oder glauben Sie auch, eigentlich ist es besser in Deutschland als noch vor ein paar Jahren? Nein, das glaube ich ganz eindeutig nicht. Ich sehe diese Brandstiftungen auch. Ich sehe sie im AfD-Umfeld, zum Teil auch von einzelnen AfD-Politikern direkt. Ich sehe sie aber darüber hinaus auch in ganz vielen anderen Milieus. Wenn wir direkt um die Brandstiftungen, also da, wo es wirklich brennt, reden, zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen der Rapper Massiv, dem Millionen deutsche Jugendliche zuhören und folgen in den sozialen Medien, meines Erachtens nach ein knallharter Antisemit, Bushido, auch für viele Jugendliche ein Star, hatte jahrelang als Profilbild Israel ohne Israel, also praktisch ganz Israel ausgefüllt mit der palästinensischen Flagge, was dafür steht, dass man nicht möchte, dass Israel existiert. Und dann gibt es natürlich auch die Brandstiftung. Ich sprach vorher schon darüber im linken Milieu, wenn zum Beispiel Abgeordnete oder Mitarbeiter von Abgeordneten zu den Demonstrationen in den letzten Tagen gegangen sind, diese legitimieren durch ihre Erscheinung auch durch positive Äußerungen. Aber wenn ich noch eins anfügen darf, es gibt ja oberhalb oder vielleicht auch unterhalb der Brandstiftung auch etwas, das nicht wirklich Brandstiftung ist, sondern vielleicht eine Unbedachtsamkeit, eine Egalhaltung gegenüber dem Antisemitismus. Und das, finde ich, hat auch massiv zugenommen. Und ich möchte sagen, dass das durch praktisch alle Bereiche der Gesellschaft geht. Das fängt damit an, dass ich, also ich bin kein Jude, ich drücke es jetzt so aus, wäre ich ein Jude und würde ich mich entsprechend kleiden oder das irgendwie deutlich machen, gibt es Orte, an die ich nicht gehen könnte. Es gibt de facto No-Go-Areas für Juden und Jüdinnen in Deutschland, das ist furchtbar. Wir haben einen Bundespräsidenten, ganz anderes Feld, ganz weit weg davon, aber weil ich eben sagte, es ist eine weite Bandbreite, der gratuliert dem Iran zum Jahrestag der Revolution. Der Iran ist der größte Terrorsponsor. Alle Raketen, die 4000 Raketen, die gerade auf Israel geflogen sind, hat Iran bezahlt oder geliefert. Und von diesen Beispielen gibt es ganz viele, es diffundiert in die Sprache, es diffundiert in die Medien, wo ich sage, wir verlieren als Gesellschaft einen Konsens, dass wir relativ früh sagen, Stopp, hier geht es nicht weiter. Das Islamische Zentrum Hamburg können Sie gleich auch mit aufzählen, mit dem Hamburg einen Staatsvertrag geschlossen hat und der offen antisemitische Literatur verbreitet und am Al-Quds-Tag teilnimmt. Also es gibt Personalunion in vielen Bereichen und die SPD und andere machen da gerne gemeinsame Sache. Also wenn ich so in die jüdische Community reinhöre, natürlich nicht in alle, viele schreiben mir, ich habe mit vielen Kontakt, dann ist man inzwischen schon so weit zu sagen, weil die AfD zu Recht innerhalb der Demokraten ausreichend geächtet ist mit ihrer geistigen Brandstiftung. Und andere Brandstifter, die vielleicht ein wenig nur zündeln und das aber halt kontinuierlich über Jahre und Jahrzehnte so, dass man es nicht ganz merkt, weil die ein bisschen smarter das machen und die befinden sich halt einfach in den anderen Parteien auch. Zum Beispiel muss ich da Grigor Gysi kurz mal erwähnen, der, ich glaube, vor kurzem gesagt hat, dass Israel die Hamas im Prinzip erschaffen hat, das ist eine Ungeheuerlichkeit, das ist für mich schon Ken Jebsen-Talk und der ist da halt Abgeordneter und vollkommen legitimiert und viele sagen mir, und das ist wirklich mehrere, die das sagen, dass man, weil die AfD gesellschaftlich geächtet ist, man mehr Angst hat vor einer SPD zum Beispiel als vor der AfD, weil die gesellschaftlich nicht geächtet ist. Und das ist eine krasse Aussage für mich, weil ich mir denke, wie kann das sein? Und da bringt es uns auch zurück für mich an eine andere Art der geistigen Brandstiftung und zwar die des israelbezogenen Antisemitismus. Und der spiegelt sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten auch im Auswärtigen Amt und seinen politischen Handlungen wieder. Und viele sagen mir, und das ist auch das, was ich gespürt habe, das ist auch das, womit ich meistens angefeindet worden bin, mit diesem israelbezogenen Antisemitismus und das halt auch auf Argumentationsstrukturen, die mit der Politik des Auswärtigen Amtes zusammenhängen. Sprich, das permanente Israel-Bashing in den Vereinten Nationen, das ist einfach eine antisemitische Politik und die wird hier von dem Auswärtigen Amt getrieben. Herr Wohin, ich würde gerne aufgreifen, weil das alle schon angesprochen haben, auch Sie, nämlich, dass es so etwas Subkutanes gibt. Und wir haben ja erlebt, was Herr Salomo eben gesagt hat, in Thüringen, wo bürgerliche Parteien, nicht die AfD, sich in eine Richtung bewegt haben, wo diese Grenzziehungen aus politischem, taktischem Gefühl zu einem Ministerpräsidenten geführt haben, wo die FDP und die CDU etwas gemacht haben, wo man zwar nachdenken kann, aber man genau wusste, was da alles passiert. Wie ist denn dieses überall Geparkte, nicht so Auffällige, wo es so kleine Bemerkungen gibt, so kleine Witze, kleine Sticheleien, das sind übrigens Anfänge, wie ich sie immer wieder empfinde. Wie sieht es denn da aus, wenn man so in den bürgerlich korrekteren Milieus hineinschaut? Tja, also ich glaube, ein Problem der korrekteren Milieus ist vor allem das Ignorieren und das nicht wahrhaben wollen. Sicher, Sie haben Thüringen als Beispiel gebracht, das ist ein eindrückliches Beispiel. Die großen Parteien haben versucht, die Situation wieder zu drehen. Alle daran Beteiligten haben Schaden genommen. Was mich jetzt in den letzten Tagen auch sehr umgetrieben hat, wo eben so viele Menschen auf die Straße gegangen sind und so ganz massiv Antisemitismus verbreitet haben mit drastischsten Parolen. Wie lange das ignoriert worden ist von einer bürgerlichen Szene, weil man eben sich vielleicht auch ein Stück weit davor scheut, Antisemitismus unter Muslimen oder unter Einwanderern, auch oft unter Menschen, denen es nicht gut geht und denen wir mit allerbesten Absichten und aus sehr gutem Grund humanitären Schutz gewähren, weil man das dann aber vielleicht auch nicht wahrhaben möchte, dass man damit auch Probleme schafft. Darf ich Sie kurz unterbrechen und eine Frage stellen? In einem Land, wo es seit Jahrzehnten zwischen 20 Prozent, ein bisschen plus, ein bisschen minus, rassistisch-antisemitische Narrative gibt, wo nicht nur die alte Nazi-Generation, sondern deren Kindern und auch bei deren Enkelkindern das von allen Verfassungsschutzberichten auch dargestellt wird. Also Herr Seehofer ist bestimmt nicht verdächtigt, da ein Interesse, zweimal hintereinander sagt er, der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung der Bundesrepublik. Also ich nehme das wahr, was Sie sagen, man verdrängt das, was aus der radikal-islamistischen oder auch migrantischen Seite kommt. Aber ist eine Gesellschaft, die ihren eigenen Judenhass so dauernd verdrängt und nicht seit Jahrzehnten als ein Kernthema ihres eigenen Identitätsversprechens nimmt, ist das nicht dann auch ein bisschen schwierig, darüber so zu diskutieren? Und ich würde Sie das gerne alle fragen, weil mich das sehr bewegt, wie weit da auch Verschiebungen und Verdrängungen insgesamt eine Rolle spielen. Und wir diskutieren das nach der Werbung sehr intensiv miteinander. Wir sind gerade dabei, uns zu unterhalten, welche Vielschichtigkeit auch in diesem Thema sich bewegt. Ich würde aber gerne eine Bemerkung von Ihnen auch noch mal aufgreifen. Herr Zimiak, anlässlich der Demonstrationen und Diskussionen, auch der Angriffe der Hamas, der Zivilbevölkerung Israels und die Reaktion Israels, stellte Regierungssprecher Seibert im Namen von Frau Merkel fest, Zitat, dass Juden in Deutschland sich in manchen Gegenden und in manchen Situationen nicht so frei und sicher bewegen können, wie es das Recht eines jeden Bürgers in Deutschland ist. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist so. Das ist so, weil Sie können in einigen lokalen Bereichen, wenn Sie beispielsweise eine Israel-Fahne am Auto haben, ich würde darauf viel geben, dass wenn Sie in einer bestimmten Straße Ihr Auto abstellen mit einer Israel-Fahne, dass das nicht unbeschadet den Tag über steht. Aber Zimiak, Sie sind Bundestagsabgeordnete. Sie sind der Generalsekretär der Regierungspartei, die die Kanzlerin stellt. Ich will das nochmal, weil Felix Klein hat das vor zwei Jahren in einem anderen Zusammenhang auch schon mal gesagt. Ich will das nochmal uns allen bitte zur Diskussion stellen. Da sagt Herr Seibert im Namen der Bundeskanzlerin, dass Juden in Deutschland sich in manchen Gegenden und in manchen Situationen nicht so frei und sicher bewegen können, wie es das Recht eines jeden Bürgers in Deutschland ist. Also wenn die Kanzlerin das ausrichten lässt, können Sie mir mal sagen, warum wir beide nicht schon längst gegangen sind. Was bedeutet das für eine Demokratie? Für eine Demokratie. Vergessen Sie jetzt, ob es sich um Juden und Jüdinnen handelt. Wenn es so ist, ich will Ihnen das übrigens erzählen, ich kann in Heidenau und in Freital auch nicht unterwegs sein. Da gibt es deutsche Nazis, die nur darauf warten, mich dort zu sehen und nicht nur dort. Auch in Berlin gibt es diese Viertel und die anderen Viertel. Aber wir sprachen ja von während den Anfängen. Wenn das die Diagnose ist, dann muss ich alle fragen, wo befinden wir uns gerade? Erstmal ist diese Aussage gut. Warum ist sie gut? Denn es beginnt damit, die Dinge zu sehen und die Augen nicht zu verschließen. Und deswegen sind wir heute weiter, als wenn man das verschweigen würde und nicht darüber sprechen würde. Und ehrlicherweise bis heute akzeptieren nicht mal diesen Satz viele und sagen nein und bestreiten, dass das so ist. Das müssen wir erst mal feststellen. Sie haben Felix Klein angesprochen, den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Auch der ist neu, also nicht als Person, sondern in diesem Amt. Und das ist ein Fortschritt, dass es jemanden gibt wie Felix Klein, der den Finger in die Wunde legt. Und deshalb ist das etwas, was richtig ist, was ich auch so empfinde, auch wiederholen würde. Aber es ist ein Fortschritt, dass die Augen geöffnet werden. Sie macht das wütend. Warum? Mich macht das wütend, weil das Lippenbekenntnisse sind, weil das Erklärungen sind, die längst überfällig sind. Und nicht erst seit vorgestern junge Männer oder ältere Männer mit Kiepa nicht nach Neukölln und andere Bezirke können. Mich ärgert das. Mich macht das richtig wütend. Aber Herr Ziemiak hat doch recht, wenn er sagt, jetzt spricht wenigstens selbst die Kanzlerin darüber. Ich kann mich nicht wirklich darüber freuen. Ich weiß nicht warum, vielleicht lösen wir das heute auf, weil ich nicht das Gefühl habe, dass damit dann auch der Paradigmenwechsel wirklich eingeleitet wird. Vielleicht liegt es ganz einfach daran, dass ich es nicht glaube. Und ich möchte mich, Ben, anschließen, dass nicht nur jüdische Menschen Auswanderungsideen haben, konkrete Pläne haben, sondern dass auch Muslime, Migranten, denen Demokratie nicht nur versprochen wurde, sondern die extra in die Demokratie gegangen sind oder hier aufgewachsen sind in der Demokratie und eine Demokratie kennengelernt haben, die sie liebten. Und so wie ich. Ich liebe Deutschland und ich liebte diese Demokratie. Aber dieses Versprechen wird nach und nach angekratzt. Sie haben es zu Recht gesagt. Wir haben eine rechtsgerichtete Partei inzwischen im Parlament. Mich macht das auch ängstlich und wütend. Und mich macht das wütend, dass solche Sätze, vielleicht ist es da, so lapidar kommen. Ja, es darf nicht sein, dass wir solche Bezirke haben und wir benennen es jetzt mal. Aber ich erwarte von jemandem, der nun etwas mehr auch in der Politik steckt und sehr viel mehr Verantwortung trägt, dass solche Menschen das auch schon vor 20 Jahren hätten genauso formulieren müssen. Und ich glaube es, irgendwie glaube ich es nicht. Ich weiß nicht, Ben, vielleicht kannst du mir erklären, was mich da wütend macht. Ich fühle das genauso. Also ich finde, es ist halt schon so viel geredet, so viele schöne Kränzchen niedergelegt worden und irgendwelche. Aber dass da wirklich konkret was umgesetzt worden ist, Felix Klein und die Antisemitismusbeauftragten, das ist wirklich eine gute Initiative. Aber erstens finde ich es schon recht spät. Gut, dass es das passiert ist jetzt. Aber es muss noch viel mehr, viel schneller passieren, weil die Zeit tickt für uns Juden und auch für demokratieliebende Menschen in Deutschland, dass sie das Gefühl haben, das geht uns nicht rasch genug im Verhältnis zu der Dominanz der Kräfte, die das ein bisschen zersetzen oder sehr zersetzen. Aber ich will noch eine Sache sagen. Dieser Gedanke, Juden mit Kippa und dass sie dann irgendwie äußerlich erkenntlich sind und sie können nicht in ganz bestimmte Bezirke gehen. Die wenigsten Juden in Deutschland sind Menschen, die einfach irgendwie permanent mit Kippa rumlaufen. Man kann nicht mal als jüdischer Schüler mit einem Davidsternkettchen an eine normale staatliche Schule gehen oder auf den Hof, wo man aufwächst, damit rumlaufen. Und das ist seit Jahrzehnten so der Fall. Und das bleibt alles unterm Radar und wird gar nicht so richtig wahrgenommen, was das bedeutet. Die Freiheitseinschränkung in der Identität für uns Juden in diesem Land ist enorm. Wir haben, viele entwickeln dadurch so eine Art Verstecken und so eine Art Minderwertigkeitsgefühl in ihrer eigenen Identität oder ziehen sich zurück in so selbstgewählte jüdische Bubbles oder Ghettos. Und das ist ein Zustand, den ich als Jude, der eine, sag ich mal, sehr selbstbewusste jüdische Identität hat, unerträglich. Und das muss man wirklich in allen Formen, so wie das schon seit vielen Jahrzehnten existiert, auch annehmen. Und das bedeutet, Entschuldigung, diesen letzten Satz will ich sagen, man muss sich den Schuh anziehen, dass man es schon sehr lange richtig viel falsch gemacht hat. So ist es ein Großhirnjagd dann, Herr... Ja, Moment, ich will nicht Ihre, mir steht es nicht zu, Ihre Erfahrung zu bewerten. Ich will das nur insofern aus meiner Sicht präzisieren, dass wenn Sie sagen, dass das in Schulen der Fall ist, beispielsweise mit dem Davidstern, kann man in einigen Schulen, ist das so. Aber ich widerspreche dem, so hatte ich es sich gerade an, in deutschen Schulen. Nein, das ist mit Sicherheit nicht so, dass das in jeder Schule der Fall ist. Ja, selbstverständlich meint er nicht alle Schulen, oder? Also ich bin an vielen Schulen unterwegs, das ist mein Beruf, ich halte da Vorträge und Sie würden sich wundern, was uns da begegnet. Und das reicht schon aus, wenn es 50 Prozent der Schulen ist, wo das so ist, dann ist das schon so ein sehr großes Problem. Das wäre ein, ich will das Problem nicht klein machen, ich will nur ein, das Bild, das wir in diesem Gespräch von unserem Land zeichnen, ein differenziertes ist. Ohne Probleme auszublenden, wir haben gerade darüber gesprochen, aber trotzdem zu sagen, dass wenn es um diese Fragen geht, heute wie in einem Deutschland leben, wo über, alleine, dass wir hier sitzen, anders über die Dinge gesprochen wird. Ich will auch nicht schönreden, was in der Vergangenheit nicht gemacht wurde oder nicht angesprochen wurde, das muss uns jetzt Aufgabe sein, aber Situation ist differenziert. Wir sind nicht mehr sicher und wir sind nicht in so einem offenen, toleranten Land, wie Sie das gerade beschrieben haben. Entschuldigung, da muss ich wirklich widersprechen. Ich kann seit 15 Jahren nur mit Personenschutz meine Arbeit machen, sehr viele andere ähnlich. Und das war vor 20, 30 Jahren nicht in dieser Form, was ich nicht kleinreden möchte. Also ich möchte Ihnen wirklich nicht konkurrieren, aber ich musste vor 15 Jahren Personenschutz haben wegen Rechtsradikalen. Ich bin wohl der Nächste in der Runde, ich kriege auch schon Morddrohungen. An dem Punkt will ich wirklich nicht, dass wir konkurrierende Röhren produzieren. Das will ich doch auf keinen Fall. Ich will nur deutlich machen, ich will nur deutlich machen, das, was Herr Ziemiak eben erwidert hat, Herr Boje, wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Und dann erzählen Sie mir Ihre Lebenswahrnehmung. Ich glaube nicht, dass es sich um Einzelfälle handelt. Ich glaube auch nicht, sehen Sie es mir nach, Herr Ziemiak, dass es sich um einzelne Straßenzüge handelt. Ich wohne selber in Berlin-Wedding. Deswegen, ich glaube, durch den gesamten Wedding könnte man nicht mit einem Davidstern laufen oder mit einer Israel-Caption. Ich bin mittlerweile froh, dass ich in Frankfurt lebe, wenn ich das alles so höre über Berlin. Ja, das versuche ich zu erklären gerade, was sich da entwickelt hat. Ich glaube, es ist ein tatsächlich systemisches Problem. Und ich glaube auch, dass es uns auch in dieser Runde hier ein Stück weit schwerfällt. Missverstehen Sie mich nicht, der rechtsradikale Antisemitismus ist verachtenswert und ist vielleicht auf eine gewisse Art auch der typischste deutsche Antisemitismus. Der Linke ist es genauso, aber wir kommen gerade aus einer Woche, in der tausende migrantisch geprägte Menschen auf die Straßen gegangen sind. Diese Demonstrationen wurden systematisch von den Sicherheitsbehörden unterschätzt. Sie sind auf die Straße gegangen, sie haben das Ende Israels gefordert, sie haben Hass auf Juden verbreitet. Und da kann es eben nicht damit getan sein, dass wir uns jetzt freuen, dass wir darüber reden. Da kann es, und übrigens auch, Herr Friedmann, in Anbetracht des rechten Antisemitismus, des Linken, das will ich alles zusammen gedacht wissen. Es kann nicht damit getan sein, dass wir in dieser Hinsicht erst mal feststellen, dass es dem Land eigentlich gut geht, dass es liberal ist. Das sehe ich eben grundsätzlich überhaupt nicht so. Und ich möchte jetzt noch ein konkretes Beispiel bringen. Diese Reden, nie wieder und so weiter, das ist immer sehr gut. Aber was ist ein konkretes Zeichen, dass wir dem Antisemitismus in allen drei seiner Entscheidungsformen entgegentreten? Die sehe ich viel zu wenig. Ich habe ein paar Beispiele schon genannt. Das würden Sie sich denn vorstellen? Zum Beispiel, dass die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen nicht ausgerechnet in diesen Tagen den Vertrag mit DITIB, also einer Organisation, von der wir alle wissen, dass sie von Erdogan, der ja nun ins Islamistische abdriftet, gesteuert wird, verlängert, wenn es um die Schulpolitik, um den muslimischen Religionsunterricht in NRW geht. Das Land wird regiert von Armin Laschet, das ist der Kanzlerkandidat von ihrer Partei. Das Schulministerium wird von der FDP regiert. Insofern, ja, ich weiß auch, dass Sie nicht für alles zuständig sind, was in den Ländern passiert. Das ist so ein bisschen die Rolle des Politikers dann in dieser Runde. Aber wie kann so etwas in diesen Tagen, wo wir jetzt gerade alle entsetzt sind und es eben hochgekocht ist, wie kann das passieren? Und das bringt mich zur Konklusion. Also, es ist nicht nur so, dass wir zu viele sonntags reden, wobei, will ich nicht sagen, sind immer gut, aber dass wir zu wenig handeln, sondern es wird zum Teil auch noch falsch gehandelt. Und das ist etwas, was mich entsetzt. Und Sie wissen auch, wie die Begründung lautet für die Zusammenarbeit jetzt mit der DITIB erneut. Ich kenne die Begründung und das ist natürlich vollkommen fadenscheinig. Man hätte sich da geändert, die DITIB gehört zu Erdogan. Wir wissen, dass das Judenhass, das türkische Staatsfernsehen hat gerade wieder verbreitet, wirklich zutiefst antisemitische Äußerungen in den sozialen Medien auf Deutsch. Ja, Entschuldigung, Sie können das bitte wiederholen mit der Satzungsänderung. Also, dass die Satzungsänderung genannt wird als Grund dafür, dass man die Zusammenarbeit wieder aufgenommen hat. Aber allein die Tatsache, dass diese Organisation insgesamt zur Dianet, also Religionsbehörde der Türkei gehört, wird niemals ausschließen, dass sie weiterhin am Nabel der Türkei hängen. Ich würde gerne mal diese Republik noch aus einer anderen Betrachtung nehmen, weil mir sehr wichtig war das, was Sie, Herr Salomon, über die Schule gesagt haben. Es gibt eine wissenschaftliche Studie der Körberstiftung, die ist aus dem Jahr 2017, 2017 ist nicht viel besser geworden, die mir wirklich Kopfschmerzen macht, aus unserem gemeinsamen Bewusstsein heraus. Danach wissen nur noch 47 Prozent der Jugendlichen, was überhaupt Auschwitz ist. Wir diskutieren über Judenhass und fast die Hälfte der Jugendlichen in diesem Land wissen nicht mal, was Auschwitz ist. Das ist ein Offenbarungseid, oder? Das ist so. Wir haben als CDU-Bundesvorstand beispielsweise beschlossen, dass wir auch die Mittel zur Verfügung stellen werden über Bund und die Länder, dass jeder Schüler auch eine Gedenkstätte in einem ehemaligen Konzentrationslager besucht. Ich glaube, dass dieses Erlebnis ganz wichtig ist, um zu sensibilisieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt im aktiven Kampf gegen Antisemitismus ist, glaube ich, persönliche Begegnung. Ich glaube, das ist die stärkste Triebfeder für Menschen, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind. Was meine ich damit? Als wir angefangen haben mit deutsch-französischem Jugendwerk zwischen Deutschland und Polen, wenn Menschen andere kennenlernen, dann entstehen Freundschaften, dann entsteht eine emotionale Ebene, nicht nur aus den Geschichtsbüchern, sondern die meisten, und jetzt komme ich mal weg von ihnen, weil sie sprechen die ganze Zeit über Berlin und über den Wedding und Neukölln, raus mal aus der Sicht der Hauptstadt, sondern die Realität ist, dass in vielen Bereichen Deutschlands kein aktives jüdisches Leben gibt, schlicht einfach, weil es keine Gemeinden gibt. Und wenn man junge Menschen aus Israel und aus Deutschland zusammenbringt, schon in der Schulzeit, ist das die beste Prävention für den Kampf gegen Antisemitismus, für die Zukunft. Und deshalb ist das etwas, ich fordere auch ein deutsch-israelisches Jugendwerk, um das nach vorne zu bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Herr Friedmann, lassen Sie mich eine Begegnung zu der Frage Sensibilität sagen. Ich habe eine Berufsschule besucht, nicht in Berlin. Und da sprach ich mit den Schülern, sowohl Jugendliche ohne Migrationshintergrund als auch mit Migrationshintergrund. Wir sprachen über den Nahostkonflikt. Und dann kam es zu einem Punkt, in dem wir darüber sprachen, wie könnte Frieden eigentlich hergestellt werden. Und ich dachte, wir sprechen über die Frage der Grenzziehung, des Wassers, Jerusalem. Was sind die Interessen der beiden Parteien? Ich wollte mit den Schülern diskutieren. Wie war die Geschichte? Wie ist der Status Quo? Und dann meldete sich ein Schüler und sagte, er würde ja das alles sehr spannend finden. Aber Fakt sei nun mal, nicht die Israelis, die würden ihm ja leid tun, die dort leben. Die können ja nichts dafür. Die Juden aber, die international sind, die verdienen so viel Geld mit diesem Konflikt, dass man eben diesen Konflikt nicht auflösen könnte, weil die viel zu mächtig wären. Es geht gar nicht um die Israelis dort. Das ist erstmal eine Betrachtung dieser Aussage. Aber das viel Erschreckendere war, dass kein Lehrer dazwischen gegangen ist. Kein Lehrer ist aufgestanden. Und dann ging die Stunde zu Ende, als nachdem ich ihm diskutiert habe, habe ich gesagt, das ist Antisemitismus, was du erzählst. Hör zu, was er sagt. Und dann gehe ich zu den Lehrern und sage, kommt das schon mal vor, wieso gehen Sie nicht dazwischen? Warum sagen Sie, ich kann ja dem Schüler schlecht verbieten, seine Meinung zu sagen. Und da sind wir, und deswegen, Herr Boe, da haben Sie recht, bei anderen Dingen, Gott sei Dank, sind wir dann sensibler und strecken sofort auf. Und dann haben wir plötzlich, ist das eine Meinung oder ist das Antisemitismus? Und das ist eben keine Meinung. So, und das ist spannend und das will ich wirklich vertiefen. Weil am Ende, ich sage das, es ist zwar banal und trotzdem ist es nicht banal. Kinder werden nicht als Antisemiten geboren, Kinder werden auch nicht als Rassisten geboren. Aber es passiert was. Zu Hause hörst du Dinge. Übrigens seit knapp 2000 Jahren hört man es aus der christlichen Erzählung bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Juden sind das Schlimmste, weil sie haben Jesus ermordet. Aber es gibt ja viele Geschichten, die man in dieser Richtung, wie Herr Zim ja gerade geschildert hat, erzählen kann. An deutschen Schulen kommt es tagtäglich, das ist nicht nur in Berlin, zu solchen Vorfällen. Da brauchen überhaupt keine jüdischen Schüler dabei zu sein. Denn da hat schon Sartre gesagt, existierte der Jude nicht, der Antisemit würde ihn erfinden. Aber was mich interessiert, ist die Soziologin Professor Julia Bernstein führte Interviews mit jüdischen Schülern überall. Und die berichteten Aussagen von Mitschülern. Ich nehme mal ein paar Zitate, weil man muss es hören. Ihr Juden seid doch scheiße. Schau mal nach Israel, da essen Soldaten Kinder. Es wird immer vermischt. Oder Hitler war ein guter Mann, denn er hat die Juden getötet. Bernstein stellte aber vor allen Dingen Folgendes fest, das ist das, was Sie gerade andeuten, Herr Zimiak. Zitat, dass Lehrkräfte gravierende Defizite im Umgang mit dem von Schülern und Schülerinnen ausgehenden Antisemitismus ausweisen, zum Teil gar selbst antisemitisch argumentieren und handeln. Also jetzt geht mir durch den Kopf, auch wenn ich Ihnen allen zuhöre. Was ist eigentlich Beschämende? Diese Jugendlichen, die sowas auf dem Schulhof erzählen und die das herausschreien? Oder die Lehrer, die tatenlos zusehen und hilflos sind? Also bei meiner Erfahrung, die ich an Schulen gemacht habe, das kann ich wirklich genauso bestätigen. Es ist wirklich tragisch, dass eigentlich in einem Land, was schon in den 50er Jahren die Grundlagen zur Antisemitismusforschung auf dem Tisch hatte mit Theodor W. Adorno, der schon gesagt hat, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, dass dieser Satz des Adorno nicht aus dem FF aufgesagt werden kann von Lehrern und von Schülern. Und das frage ich mich, wie kann das sein, wenn wir doch in Deutschland so ein Kompetenzzentrum hier haben, das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, wenn es da in seinen Publikationen und in seinen Handlungsmodellen nicht imstande gewesen ist, 40 Jahre lang irgendwie an Schulen oder den Lehrern diesen einfachen Satz beizubringen oder das als Handlungsempfehlung rüberzubringen. Und ich muss eine Sache noch erzählen, weil Sie vorhin gesagt haben mit dem Auto. Ganz konkret, eine Freundin von mir in Tübingen hat eine kleine Israel-Fahne an ihr Auto rangemacht und es ist direkt ein paar Stunden danach beschädigt worden. Wir reden von Tübingen, nicht Berlin Wedding. Und da ist einiges da drauf geschmiert worden und der Spiegel abgetreten worden, PLM stand da drauf, ja, so Anlehnung an BLM, PLM. Und das ist halt wirklich ein flächendeckender Zustand, den wir aktuell haben. Und jetzt nochmal zum Thema Schule. Ich war in einer Schule in Baden-Württemberg, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Man denkt, das sollte ja was heißen. Und ich habe an der Schule eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Ich hielt meinen Vortrag und ich habe in meinem Vortrag so ein paar Stellen, wo ich ein wenig erzähle, wie meine Großeltern den Holocaust überlebt haben und dann auch einige Praktiken in den Konzentrationslagern erwähne. Und da war dann ein Schüler, der fing dann so ein bisschen an zu stören und dann nahm ich ihn halt auch mal dran, weil das tue ich auch in meinem Vortrag so ein bisschen interaktiv. Und dann fragte er mich, ob ich denn Beweise dabei hätte für diese Dinge im Konzentrationslager. Und ich war von dieser Frage ein klein wenig irritiert und ich schaute mich so um, ob die Lehrer vielleicht intervenieren, ob die vielleicht so etwas sagen wie, Entschuldigung, natürlich, das hatten wir doch im Unterricht oder das ist halt alles ein Fakt und alles belegt. Nein, ich stand da wirklich ganz allein vor 200 Schülern und diesem Schüler und die Lehrer haben nichts gemacht. Ich habe dann natürlich ihm angeraten, vielleicht mal eine KZ-Gedenkstätte zu besuchen, um eben diese Dinge, diese Beweise, diese Belege mit seinen eigenen Augen zu sehen. Er hat sich leider da sehr ignorant verhalten, aber das ist noch nicht mal die Spitze des Eisbergs, dazu muss ich noch kommen. Der Direktor, ja nee, danach sprach ich noch ein bisschen über Israel, so ganz bisschen habe ich das schiefe Israel-Bild dekonstruiert in nur so zehn Minuten. Und danach kam die Presse, hat uns ein bisschen interviewt und am nächsten Tag lese ich von dem Direktor in dieser lokalen Presse, Zitat, auf kritische Nachfragen eines Schülers reagierte der Referent unsouverän und als er über Israel sprach, sah ich mich beinahe gezwungen zu intervenieren. Und daran sieht man halt einfach die Schieflage, die wir halt auch haben bei vielen Lehrern im Lehrpersonal, so wie Frau Julia Bernstein, Professor Julia Bernstein das auch beschreibt. Was ist da eigentlich aber passiert? Ich bin mit sechs Jahren hergekommen und bin nur durch die deutsche Schule gegangen und ich kann sagen, dass ich dafür sehr sensibilisiert wurde, in Berlin-Bedding, in der Schule, also bis zur zehnten Klasse und dann in Charlottenburg zum Abitur. Wir waren in Konzentrationslagern, wir waren sehr sensibilisiert von unseren Lehrerinnen und Lehrern, was ist im Bildungssystem passiert, das frage ich mich die ganze Zeit, denn aus meiner Generation und auch jetzt in der dritten, vierten Generation erlebe ich natürlich viele Migranten und Muslime, die sich für dieses Thema in der Form nicht nur interessieren, sondern wach sind bei dem Thema als deutsche Bürgerinnen und Bürger. Sie empfinden sich auch in ihrer Identität nicht nur migrantisch eben, sondern Deutsche und sie sind sensibel für dieses Thema und sind auch wirklich wach und solidarisch und schauen auf dieses Problem auch sehr differenziert im Nahen Osten. Die gibt es deshalb, weil sie in ihrer Schulzeit mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun hatten, die da Aufklärung betrieben haben. Wo bleibt aktuell dann offensichtlich die Aufklärung und Bildung an unseren Schulen? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich würde das gerne differenziert jetzt nochmal aufgreifen, was hier gesagt worden ist, weil noch einmal, wir erleben ja an solchen Beispielen Momentaufnahmen und wenn ich in meinem Leben mich umschaue, dann sind es nicht nur Lehrer und Lehrerinnen. Also das ist dieses mit den Anfangspunkten der Gewalt. Wenn du sitzt, sitzt du am Tisch oder du bist im Job und irgendjemand macht eine judenhassende Bemerkung und einige sind plötzlich taub, einige lächeln ein bisschen mit, ist das nicht eines der Probleme, wenn wir es versuchen nochmal auch einzuordnen? Nicht mehr eine verschwindend kleine Minderheit, sondern mittlerweile eine ernstzunehmende Minderheit, ob mit dem Hintergrund des Migrantischen oder welchen Hintergrund auch immer. ist sehr viel offensiver, lauter und politischer, auch im politischen Raum der Parlamente unterwegs. Ist das Problem einerseits, was wir jetzt beschrieben haben, aber nicht andererseits auch, dass wenn wir sagen, die Mehrheit in dieser Gesellschaft will Demokratie und das bedeutet die Würde des Menschen ist unantastbar, dass sie viel deutlicher zeigen müsste, was ihr das wert ist, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und spätestens dann, wenn sie Zeuge sind, dass sie angetastet wurde, Herr Boyle? Ja, sicher, unbedingt. Ich glaube auch, dass da was verloren gegangen ist. Man sieht es schon bei kleinen sprachlichen Veränderungen. Neulich las ich ein Newsletter von einem deutschen Medium. Da wurde ganz nebenbei der Satz, XY ist ein Meister aus Deutschland. Ich glaube, es ging um irgendwas tagesaktuell Politisches. Ich bin zusammengezuckt. Für mich ist das ein Satz von Celan, der sich immer nur auf den Holocaust beziehen kann. Es ist vielleicht auch nicht besonders schlimm. Vielleicht bin ich übersensibel. Aber es ist auf jeden Fall was verrutscht. Es sind Äußerungen, die man noch zumindest zu meiner Schulzeit nicht gemacht hätte. Und ich glaube, dass sich die Gesellschaft dahingehend verändert hat, dass man eben mehr akzeptiert. Es ist mehr normal geworden. Ich meine, wenn man sich anguckt, jetzt die Demonstrationen in den letzten Tagen, wir haben mehrfach darüber gesprochen. Es gab ja dann Gegendemonstrationen. Ja, wie viele Leute sind gekommen? Viel weniger. Wenn man sagt, Antisemitismus darf es in Deutschland nie wieder geben, dann ist es doch nichts anderes als ein Einstehen für unsere Demokratie, für unsere Staatsräson. Wenn man sagt, dagegen gehe ich jetzt eben auch auf die Straße. Ich habe gesehen, da sind viele Leute, die zweifeln das an oder die verbreiten Antisemitismus. Dann wäre es doch nur normal, dass man rausgeht. Ich habe mir die Sachen ein bisschen angeschaut. Die Gegendemonstrationen waren viel, viel, viel kleiner. Und sie waren fast immer. Das finde ich übrigens auch beschämend für die Mehrheit der Deutschen. Sie waren fast immer von Jüdinnen und Juden organisiert. Wo ich mich frage, also das ist toll, bitte nicht falsch verstehen, aber wo ich mich frage, warum ist der Antisemitismus eigentlich in diesem Land immer ein Problem der Jüdinnen und Juden? Das ist doch völlig irre. Und ich glaube, von diesen verdrehten Situationen gibt es mehrere. Eine andere übrigens ist, dass man den vielen Migranten gar nicht zutraut, den Judenhass ablegen zu können. Und immer sagt, Mensch, die können doch nicht anders und das muss man irgendwie akzeptieren. Das ist halt so. Nein, also man muss an die Sache mit klarem Blick rangehen. Man ist als Bürger, nicht nur als Journalist oder als Politiker oder als Aktivist oder als Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin gefragt, sondern jeder Bürger dieses Landes ist gefragt, in den entsprechenden Situationen aufzustehen und einzugreifen und den Beteiligten an diesem Konflikt zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass der Antisemitismus sofort beendet wird, wenn er denn irgendwo aufblitzt. Und er blitzt, wie Sie gesagt haben, jeden Tag auf. Allein heute gab es wieder zwei antisemitische polizeibekannte Vorfälle in Berlin, was unfassbar ist. Warum die Bürger eigentlich müssten und kaum gehen, darüber diskutieren wir gleich nach der Werbung. Sie waren, selbst Redner jetzt bei einer solchen Demonstration, wie viele Menschen waren da? Ein paar hundert. Ein paar hundert. Ein paar hundert, die sich solidarisch erklären mit einem Land, das einen Terrorangriff gerade erlebt und gegen Antisemitismus sprechen. Ein paar hundert. Warum das so ist, darüber diskutieren wir gleich. Aber mein Leben hier, darum geht es doch, nicht Deutschland retten. Ja, aber wenn ich in einem Land nicht leben kann, das kann jegliches Land sein. Es könnte sogar Israel, wenn es eine Diktatur ist. Ja, klar nicht. So, meine Damen und Herren, wir diskutieren hier in der Werbepause eigentlich sehr intensiv. Und Herr Zimjak, Sie wollten gleich noch etwas erzählen. Ja, ich wollte, wir haben jetzt über Schule gesprochen und über die Frage, wie geht man dort mit Antisemitismus um? Und ist das intensiv genug? Und ich glaube, nein. Was fehlt, ist heute nicht nur die Beschäftigung mit der Shoah. Die findet statt. Also Nationalsozialismus findet statt weiterhin, so wie ich das aus meiner Schulzeit kenne. Und eben auch Nationalsozialismus und Shoah. Aber wir müssen natürlich auch heute mehr, und ich glaube, das ist das, was jetzt implementiert werden muss, Antisemitismus und die Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt. Das gehört zusammen, weil daraus nämlich viele Vorurteile und andere Dinge sich speisen. Ich habe einen Vortrag gehalten, weil ich seit meinem 18. Lebensjahr mich sehr für die Situation im Nahen Osten interessiere. Ich habe vor einer Gruppe sehr gebildeter Leute gesprochen und habe einen Vortrag darüber... Also Menschen wie wir. ...über diesen Nahostkonflikt gesprochen. Meine Erfahrungen, habe ein bisschen berichtet, auch von meinen Reisen. Und ich war selbst überrascht, wie groß das Interesse war und wie wenig eigentlich bekannt war über viele Dinge. Man hat es schon mal gehört, aber das war jetzt mal interessant zu wissen, wie kam es eigentlich zu welcher Situation im Nahen Osten. Und das zeigt mir, dass wir sowohl Lehrer ausbilden müssen, als auch dieses Thema im Unterricht fest implementieren. Also es gibt noch zwei weitere Aspekte, wenn ich die ganz kurz einwerfen darf. Lehrer haben Konkurrenz bekommen, weil sie ja auch fragten, was hat sich verändert. Diese Konkurrenz ist in den sozialen Medien. Für die Generation, die im Moment heranwächst, ist es oft selbstverständlich sogenannte Influencer als... Influhetzer. Manche auch Influhetzer leider als sozusagen Lehrfiguren wahrzunehmen. Und einige der Jugendlichen glauben recht unreflektiert, weil sie es nicht besser wissen, weil sie nicht die Kenntnis haben. Einfach das, was sie auf Instagram gesehen haben. Wir haben ja ein paar Geschichten gehört von Herrn Zimiak, von Herrn Salomo. Und deswegen glaube ich, es ist auch eine Frage der allgemeinen Medienkompetenz zu verstehen, was es eigentlich war oder nähert sich zumindest der Wahrheit. Was ist einfach nur Verschwörungstheorie, Quatsch, irgendwas, das jemand getwittert hat oder eine Meinung zwar von einem amerikanischen Supermodel, wie in diesem Fall Bella Hadid, die sich anti-israelisch mindestens mal geäußert hat, aber deshalb ja noch lange nicht sachlich substantiiert. Und da mangelt es ganz entschieden. Der zweite Punkt, etwas knapper. Die Frage ist ja auch, wie berichten eigentlich Medien über den Nahostkonflikt und auch über Antisemitismus? Sicher nochmal ein eigenes großes Thema. An dieser Stelle nur so viel, ich sehe ganz großen Nachholbedarf. Aber, ich muss mal an dieser Stelle, ich teile das, ich war erstrocken über die Aussagen von Greta, ich war erstrocken über die Postings von Fridays for Future, der internationalen Ebene. Ich muss fairerweise sagen, der deutsche Ableger von Fridays for Future hat sich distanziert. Allerdings frage ich, kann man dann noch dabei bleiben? Kann man die Tochterorganisation einer antisemitischen Mutterorganisation sein? Genau, das ist der Punkt. Wer man in Deutschland mitreden möchte, kann es damit treffen. Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, dass diese Distanzierung stattgefunden hat. Ja, das ist völlig recht. Aber die Frage ist, bleibt man Teil dessen? Dort wird von Märtyrern im Kampf gegen den Imperialismus und die Gewaltherrschaft zur Unterstützung Israels, das ist Antisemitismus pur und übrigens Unterstützung, das ist das Aufrufen Terrororganisationen zu unterstützen. Und ich kann mir nicht, also wenn wir jetzt über Vorbilder sprechen und Greta ist oder war zumindest ein solches Vorbild für Millionen von Jungen, Mädchen und Millionen von Jungs, die sich einsetzen wollen für Klimaschutz. Und wenn so eine Leitfigur sich hinstellt und sagt, wir müssen Märtyrer ehren und gegen den Imperialismus von Israel weltweit kämpfen, dann ist das einfach skandalös. Ab wann wird Israelkritik zum Antisemitismus? Nun, es wird verpackt als Israelkritik sowieso und es ist für mich dann schon Antisemitismus, wenn über die Politik, die angeblich kritisiert würde, kein Deutsch gesprochen wird. Also was ist denn genau die Israelkritik? Was ist damit gemeint? Also es wird ja so salopp in den Raum gestellt, ja, es ist ja nur die Kritik gegen die Politik in Israel, aber was konkret? Und diese konkrete Differenzierung, die erlebe ich nicht. Es wird lediglich gesagt, Israel hat grundsätzlich kein Existenzrecht. Also es schwappt ja sofort über zu der Frage, darf es Israel überhaupt geben. Deshalb ist das sofort schon, ganz schnell ist da Antisemitismus dabei, weil diese Ernsthaftigkeit in der sogenannten Politikkritik und so viele Juden teilen nicht die Politik Netanjahus. Also die Differenziertheit finden wir null in dieser Debatte. Es wird nicht gesagt konkret, Netanjahu vertritt diese und diese Positionen. Und es wird auch nicht differenziert zum Beispiel erklärt, dass im Parlament in Israel auch Araber sitzen und dass offen Araber, Muslime, Netanjahu dort vor Ort kritisieren können. Und es gibt auch kein Reden darüber, wie die politischen Verhältnisse, wie kompliziert sie dort wirklich sind. Also von daher ist das, ist im Grunde genommen hier angeblich eine Israelkritik. Da ich glaube, es gibt keine einzige wahre Israelkritik. Ich würde die Gelegenheit nutzen, weil viele Leute hier zuschauen, einfach die sehr einfache 3D-Regel hier vorzustellen. Und zwar, das ist eine einfache Möglichkeit zu erkennen, ob man Israel rational kritisiert, eine bestimmte konkrete Politik oder eigentlich irrational einfach nur hasst und im Prinzip seinen Juden- und Israel-Hass in Kritik verpackt. Die 3D-Regel steht einmal für Dämonisierung, Delegitimierung und doppelte Standards. Das kann man eigentlich leicht erklären. Dämonisierung, wenn man Israel mit Dingen assoziiert, so Superlativen, das, was Israel mit den Palästinensern macht, sei ja das gleiche, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Oder Genozid-Vorwürfe, Apartheid-Staat-Vorwürfe, das sind so klassische Dämonisierungs-Narrative. Wenn man diese bedient, bewegt man sich in antisemitischem Fahrwasser. Das zweite D steht für Delegitimierung, sprich, dass man Israel das Existenzrecht abspricht. Man behauptet, ja, dieser Staat sei ja eigentlich nicht legitim und sei deswegen nicht rechtens. Und das führt uns auch direkt zum nächsten D der doppelten Standards. Denn das artikuliert man eben nur deshalb, weil man sich auf Israel fokussiert und das an Israel kritisiert, was man gerade an Ländern ringsum Israel ignoriert oder toleriert. Und wenn man nur eins dieser Ds bedient, ist man praktisch schon in einem antisemitischen Artikulationsmuster oder Argumentationsmuster. Und von dem Moment an ist es halt einfach auch nur noch Antisemitismus und eben nicht mehr legitime Israel-Kritik. Und der doppelte Standard beginnt für mich, Verzeihung, wir haben es jetzt hier auch verwendet, aber schon beim Wort Israel-Kritik. Was ist eigentlich Israel-Kritik? Gibt es China-Kritik? Gibt es Dänemark-Kritik? Gibt es Türkei-Kritik? Alles Staaten, Dänemark möchte ich mal ausnehmen, gibt es Russland-Kritik? Ja, das sind alles Länder, an denen man heftigste Kritik üben könnte. Warum stehen so viele Deutsche morgens mit dem Bedürfnis auf, heute möchte ich Israel kritisieren und wenn ich es nicht darf, man darf es ja. Es wird rund um die Uhr getan. Aber warum stehen so viele Deutsche mit dem Gefühl auf, heute möchte ich Israel kritisieren? Eine hohle Phrase. Die Frage stelle ich Ihnen gerne zurück und spiegle Sie. Ja, warum? Eine hohle Phrase. Warum stehen so gerne viele Deutsche auf und wollen das tun? Erklären Sie es vielleicht ein bisschen. Warum? Ja, ich glaube doch, dass ein tiefsitzender Antisemitismus bei vielen Leuten eine Rolle spielt. Das würden diese Menschen natürlich abstreiten. Aber natürlich muss man die Frage stellen, genau wie es Herr Salomo erklärt hat, doppelter Standard. Warum steht man nicht morgens auf und hat Lust, Russland zu kritisieren? Ja, ganz offensichtlich. Oder den Iran. Oder den Iran. Ja, Terrorstaat schlechthin. Weil man ja ganz offensichtlich, weil man Lust empfindet daran, jetzt über den Nahostkonflikt zu reden, schlecht über Israel zu reden und so weiter. Weil man vielleicht auch Freude empfindet, in eine Diskussion einzutreten, bei der man weiß, dass es womöglich in der heutigen Gesellschaft gelingen kann, die Grenze des Sagbaren, über die wir bereits sprachen, Stück für Stück ein bisschen zu verschieben. Man ist ja überzeugt davon auch, dass das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Also wenn ich sage, ich betreibe nur Israel-Kritik, nur Israel-Kritik, dann wird das Gefühl vermittelt. Es wird erzählt, dass man ja nur seine Meinung sagt. Und wir sind noch in der Meinungsfreiheit. Erzähl ja, ist Judenhass Meinungsfreiheit? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hass ist auch keine Meinung. Hass ist die Grundlage für Gewalt. Das sind die Brandstifter, über die wir sprachen. Aber die doppelten Standards, das ist das, wo ich mich verlande, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das erleben wir übrigens, wenn auch im Libanon, wenn die Hezbollah-Raketen schießt und die Luftwaffe der israelischen Verteidigungskräfte gegen diese Terroristen vorgeht, heißt es, Israel geht gegen den Libanon vor. Das als die RAF, nicht als Vergleich, aber als die RAF Bomben gelegt hat in Deutschland, ist die Bundesrepublik nicht gegen die eigene Bevölkerung oder sonst wen, sondern wir haben das benannt, was war, ist gegen Terroristen vorgegangen. Und da merkt man die doppelten Standards, die wir erleben. Wenn man nicht, und jetzt ist der Unterschied, was der doppelte Standards, wenn ich etwas kommentiere, bewerte, meine Sprache so wähle, bei Israel gegenüber Hamas, gegenüber anderen Dingen, Messeattacken, die ich bei dem gleichen Sachverhalt in einem anderen Land, in Belgien, Frankreich, Polen, nie wählen würde, dann merke ich, das ist das Antisemitische und nicht das, was ich meine, unter Kritik an der Regierung, an der Administration in Israel, und da kann man viel kritisieren übrigens. Ich habe das beim Abzug aus dem Gaza-Streifen, wie dort, muss man sagen, in Bezug auf die Autonomiebehörde vorgegangen wurde, dass man der Hamas viel zu viel Spielräume gegeben hat. Das kann man alles tun, und das ist auch legitim, das tue ich übrigens auch im Alltag mit unserem israelischen Partner. Ich habe noch nie so ein Argument gehört. Aber ich finde, wenn ich das nochmal ein bisschen vertiefen darf, ich finde das nämlich ganz spannend, was gerade gesagt wurde. Also, wir alle erinnern uns, so lange ist es nicht her, Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und es gab heftige Kritik an diesen Präsidenten. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagte, Amerika soll von der Landkarte verschwinden. In Israel kommt sehr schnell der Übersprung, was Sie gerade gesagt haben. Man redet über Politik, und im Rahmen, man redet über Politik, stellt man diesen Staat in Frage. Wir kommen noch gleich, was in diesen Demonstrationen auch gefordert wird. Können Sie mir vielleicht erklären, das sind ja Vernichtungsfantasien. Also, wenn ich das jetzt mal selbst so einwerfen kann, zu sagen, Israel soll von der Landkarte verschwinden, ist ähnlich wie die Vernichtungsfantasie des jüdischen Volkes im letzten Jahrhundert. Was spielt sich da ab, und wieso ist das salonfähiger und nicht entdeckbar? Ist das wirklich so überraschend, das festzustellen, Herr Bruehle? Tja, nein, also, ich denke, das ist ja einfach festzustellen eigentlich. Also, ich verstehe ehrlich gesagt Ihre Frage nicht ganz. Wenn die Israel-Kritik in Anführungsstrichen zu tun hat mit der Vernichtung des Staates Israel, und wenn viele Leute auch in unserem Land immer wieder sagen, der Staat Israel, der ist eigentlich zu delegitimieren, findet die Debatte ja nicht so intensiv statt, wie wenn man sagen würde, man soll die Juden eliminieren. Aber es ist ja im Prinzip der Platzhalter. Weil sie nicht sensibilisiert sind und sie sich nicht genügend ausgeben mit der Situation im Nahen Osten. Ich will ein einfaches Beispiel machen. Wenn der Vorschlag kommt, und der kommt häufig in den Debatten, ja, Israel will gar nicht, dass die Menschen, die dort leben, in einem Staat gemeinsam leben. Dann kommt der Vorschlag, da könnte man noch einen großen Staat machen, und dann wird abgestimmt, und das ist ja Demokratie, kann doch keiner was gegen haben. Und dann sagen einige hier, die dann darauf, auf dieses Narrativ eingehen und sagen, ja, das hört sich gar nicht schlecht an. Aber eigentlich die Abschaffung des Staates Israel, wie wir ihn heute kennen. Ich will diesen Vergleich ziehen. Wenn jemand vorschlagen würde, naja, wir können ja einen Staat machen, Deutschland und Polen, und dann stimmen wir mal ab, welche Sprache wir sprechen und wer was zu sagen hat, dann würde jeder sagen, das ist doch nicht ein ernst gemeinter Vorschlag. Und weil wir uns zu wenig damit beschäftigen, und jetzt sind wir wieder beim Thema Schule, Schulung auch von Lehrerinnen und Lehrern, auch aufmerksam, mediale Aufmerksamkeit, wie kritisch betrachtet man das, wenn ich sehe in einem deutschen Fernsehsender, öffentliches, rechtliches Fernsehen, wo eine Frau, die dort in Journalistenkreisen genannt wird, Hamas, Helga, zugeschaltet wird, ohne dass das eingeordnet wird. Mit einer Ostexperte als Bauleiter. Mit einer Ostexperte, ohne dass es eingeordnet wird. Oder wenn ein Fernsehsender twittert unter dem Hashtag Gaza under attack, dann ist das etwas, wo die Menschen nicht so schnell hier, wenn man sich nicht damit beschäftigt, vielleicht nicht schnell genug einordnen. Dann sind wir doch bei Ihrem Thema der Medien. Welche Rolle spielen die Medien in der Aufarbeitung, in der Einordnung all dessen, was wir diskutieren? Zahlreiche deutsche Medien haben ein, wie ich sagen würde, links antisemitisch geprägtes Narrativ übernommen. Man sieht es an unzähligen Einzelfällen. Es gibt davon ganze Listen, die man im Internet nachlesen kann und finden kann. Ein Terrorist aus dem Gazastreifen verübt einen Anschlag auf Grenzsoldaten. Die Grenzsoldaten greifen zu ihren Waffen, erschießen den Terroristen. Schlagzeile in Deutschland, israelische Armee erschießt 42-Jährigen aus dem Gazastreifen. Ich habe mir diese jetzt ausgedacht, aber es ist nahezu wortgleich und es passiert die ganze Zeit. Es fliegen Raketen auf Israel. Israel feuert zurück, bekanntermaßen fast immer zielgerichtet, exakt dort auf die Stellung, von wo abgefeuert wurde, von wo der Angriff auf Israel stattgefunden hat. Überschrift in vielen deutschen Medien, Israel feuert den Gazastreifen. Diese, das ist Alltag in deutschen Medien, auch jetzt in den letzten Wochen wieder gesehen bei der Berichterstattung über den Konflikt, der dort aufflammte, Agenturmeldungen auf einem bekannten Nachrichtenportal zusammenkopiert. Da stand dann ein Statement vom deutschen Außenminister Heiko Maas, den man nun finden kann, wie man möchte. Aber es ist der deutsche Außenminister, der sich, wie ich finde, in diesem Fall auch mal ganz gut geäußert hat. Drunter dann einfach, was der iranische Außenminister sagt. Ohne jeden Hinweis. Einfach so, als wären das so zwei. Der iranische Außenminister ist im Grunde ein Terrorist, der die Waffen liefert. Und da wird einfach entweder nicht drüber nachgedacht, oder man folgt blindlings einem Narrativ, wonach Israel ja sozusagen das Böse sein muss. Dazu kommt auch, dass viele deutsche Journalisten umfragen, wir weisen es immer wieder, tendenziell links gepolt sind oder links grün, wogegen nichts spricht, wenn es eben auch genügend gäbe, die konservativ wären. Und die links grünen, darüber sprachen wir schon, fühlen sich dann häufig auch einfach in so einer Helferrolle, vielleicht ein bisschen aktivistisch. Mensch, Israel ist ein starkes Land, starke Armee und so, den Palästinensern muss man helfen. Und das verblendet sie. Und diese Punkte sieht man in einem Wort. Davon noch loszulösen ist, eine wirklich, also Fälle, bei denen es wirklich nicht nur grenzwertig und einfach schlecht gemacht ist, sondern bewusst antisemitisch ist. Eine große deutsche Tageszeitung musste ihren Karikaturisten nach x Fällen rauswerfen. Dann benennen wir es mal. Süddeutsche war das. Herr Hanitsch war der Karikaturist. Ich habe damit wenig Probleme, auch wenn ich die Süddeutsche sonst sehr oft sehr schätze. Immer wieder wurden dort Karikaturen abgedruckt. Typisch, ja, der Jude hat die große Nase und so weiter und so fort. Widerlich, wie man es eigentlich einfach sofort intuitiv verurteilen müsste. Und dann gibt es natürlich auch einzelne deutsche Journalisten. Jemand, der mir immer wieder aufgefallen ist, ist Jakob Augstein. Der sich immer und immer wieder, das ist, glaube ich, der Prototyp des Deutschen, der morgens aufsteht und sagt, ich möchte Israel-Kritik üben. Immer und immer wieder äußert er sich sehr einseitig zu Israel. Er stellt Jürgen Todenhöfer ein, von dem wir alle hier wissen, dass der mittlerweile völlig abgetrifftet ist und zum islamischen Staat fährt. Und das sind alles einzelne Aspekte, die ich jetzt nur schlaglichtartig beleuchten könnte. Aber einzelne Aspekte, die man in den deutschen Medien eigentlich findet, ohne dass man groß suchen muss. Aber dass man den Palästinensern helfen will, ist ja auch eine gute Sache. Es ist ja nicht so, dass niemand den Palästinensern helfen will. Die Frage ist noch, wie wollen die Palästinenser, dass ihnen geholfen wird und wie wird wirklich als Lösung, was für eine Lösung wird angeboten, den Palästinern, wie man es ihnen hilft. Denn den nächsten Schritt, dass so viele Palästinenser unter den Terroristen, nämlich der Hamas, leiden, darüber machen sie den nächsten Schritt eben nicht. Solche Berichterstattung. Und das ist ein nächster wirklich Wunderpunkt, der meiner Ansicht nach auch viel mehr aufstoßen sollte, dass selbstverständlich niemand hier übersieht, dass Palästinenser leiden, dass Palästinenser getötet werden. Man muss nur, wir versuchen die ganze Zeit differenziert zu sein, ja die Frage stellen, wie differenziert wird der Nahauskonflikt wirklich betrachtet. Das finde ich spannend, weil das hat ja was mit doppelten Standards zu tun. Also ich würde es auch, glaube ich, für uns alle sagen, Palästinenser und Palästinenserinnen sind seit Jahren und Jahrzehnten in Lebensbedingungen, die man deutlich qualitativ und quantitativ verändern muss. Wobei man da die Frage stellen muss, warum eigentlich nicht, wenn alles Israel schuld ist, arabische Brüder und Schwesterländer nicht dort wirklich helfen. Und wenigstens, solange das alles so ist, Schulen bauen und, und, und. Aber der Punkt, der eben diskutiert wurde, ist doch interessant. Selbst die Europäische Union sagt, die Hamas ist eine Terroristenorganisation. Wieso kritisieren nicht die Länder, auch die Bundesrepublik Deutschland eindeutig, dass bei all dem, was man Israels Regierung zuordnen möchte, der Kernpunkt, und da muss man ja nochmal, auch da wollen wir das tun, differenzieren. Es gibt im Westjordanland Abbas und es gibt dann doch Hamas mit dem Machtstempel, die Menschen zu unterdrücken. Wieso wird das nicht so eindeutig auch diskutiert, dass man sagt, die Hamas ist eigentlich eine Organisation, die die eigene Bevölkerung terrorisiert, wie sie auch den Terror außerhalb des Gazastreifens durchführt. Also ich tue das immer wieder und deswegen müssen wir auch da differenziert vorgehen. Also wir haben Abbas und die PLO auf der einen Seite und die Hamas, ihr habt kein Interesse am Frieden. Es gibt auch dort keine, es ist eine Terror, es ist eine Terrororganisation und sie ist auch nochmal anders als beispielsweise die Hisbollah im Libanon. Und auch diese Kraft zur Differenzierung müssen wir haben. Und zu der Frage, was macht Israel, also niemand, zumindest bei uns, zeichnet irgendein irreales Bild der Politik des Staates Israel. Das heißt, dort passieren Fehler, übrigens auch in der Frage der Selbstverteidigung. Und die gleichen Fehler, die bei uns auch passieren. Dort, wo Menschen Entscheidungen treffen, passieren aus Fahrlässigkeit oder schlicht einfach durch Unkenntnis Fehler, die nicht hätten passieren dürfen. Das geht, ist die Aufklärung gut genug, hat alles funktioniert, beispielsweise mit der Frage, was wird bombardiert, war die nachrichtliche, dienstliche Auskundschaftung des Ortes zuverlässig oder nicht. Nur als Beispiel. Und die Frage, wie sieht es eigentlich in der Westbank aus, welche Lebensbedingungen haben die Palästinenser dort, all das muss man diskutieren. Auch die Situation an den Checkpoints. Es gibt auch die Situation, wie werden zum Beispiel israelische Sicherheitsbeamte ausgebildet, ja, also wie sind sie geschult in dem Umgang an den Checkpoints. Und das hat sehr viel damit zu tun, welches Bild die Menschen dort haben. Also differenzierte Vorgehens, also differenzierte Betrachtung. Hamas ist aber, glaube ich, für jeden klar, dass das eine Terrororganisation ist. Wir fordern auch das Verbot von Symbolen der Hamas und aller Unterstützungswahlen. Sie sind an der Regierung. Ja, das ist richtig. Um so ein Verbot auch gerichtsfest zu machen, muss man einige Dinge berücksichtigen. Es gibt bei uns in Deutschland ganz wenige Symbole eigentlich, die als Einzelsymbole verboten sind. Das sind beispielsweise Symbole aus dem Hakenkreuz und Symbole aus dem Nationalsozialismus. Sonst ergibt sich das Verbot aus einem Verbot der Organisation. Hamas ist aber kein e.V. in Deutschland mit Hamas Deutschland e.V. Deswegen muss man bestimmte Informationen sammeln über Unterstützungsnetzwerke, die als solche nicht erkennbar sind. Und dann kann man damit die Dinge verbieten. Wir haben ja jetzt über Einflussnamen gesprochen. Und da wir jetzt ein bisschen auf dem internationalen Parkett sind, aber es betrifft Deutschland, würde ich doch ganz gerne den nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul zitieren. Der hat nämlich den türkischen Präsidenten Erdogan mittlerweile offen eine Mitverantwortung für diese antisemitische Hetze, die Übergriffe zugewiesen. Er sagt, Zitat, es sei total wahrscheinlich, dass die Form, wie Erdogan seit Jahren gegen Israel hetzt, gegen Juden auch hetzt, dass das in diesem Land Menschen radikalisiert. Und wie weit wir solche Dinge dann doch hinnehmen, nur weil wir mit Erdogan Gegengeschäfte machen und dabei nicht merken, auch an diesem Punkt, was für eine Radikalisierung von Teilen der Bevölkerung dadurch entstehen. Darüber reden wir bitte gleich nach der Werbung. Wir sind beim Nahen Osten und wir sind bei dem Staat Israel. Herr Zimiak 2007, sagte Angela Merkel in Jerusalem, in der Knesset, ich zitiere. Diese historische Verantwortung, es geht um die Shoah, Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Das ist in den letzten Tagen von vielen mit leichten Nuancen auch wieder öffentlich bekundet worden. Können Sie mir mal helfen? Was bedeutet das konkret, wenn eine Bundeskanzlerin, auch jetzt viele Politiker unterschiedlicher Parteien sagen, die Sicherheit Israels gehört zur deutschen Staatsräson? Das ist ein Grundpfeiler unseres Staatsverständnisses und die Anleitung zum politischen Handeln ist. Und das heißt, die Sicherheit des Staates Israel, das Existenzrecht des Staates Israel ist für uns nicht verhandelbar. Es wird aber in der östlichen Welt und auch in unserem Land gerade verhandelt. Es gibt Demonstrationen, die das verhandeln. Nein, es wird nicht verhandelt. Es wird nicht verhandelt in der Bundesrepublik Deutschland in der Frage von politischen Entscheidungen. Nein, doch. Es wird nicht verhandelt. Doch. Also Entschuldigung, wenn da, ob es jetzt Hunderte, Tausende sind, von Antisemiten auf die Straße gehen, die stehen weder für Verfassungsorgane noch... Das ist klar, aber das Lamm, also die Menschen, die hier leben... Nein, dann sagen Sie, dass es klar ist. Herr Friedmann, dann sagen Sie, dass es klar ist. Für mich war das ja noch gar... Es wird nicht verhandelt. Es wird nicht diskutiert. Es wird in Deutschland nicht darüber diskutiert, über das Existenzrecht Israels? Es wird von Antisemiten, die auf die Straße gehen. Deutsche. Ich sage, in die Frage fürs politische Handeln, Sie haben mich nach dem Satz gefragt, was bedeutet der Satz der Bundeskanzlerin? Er bindet, Sie selbst, die Bundesregierung, die Verfassungsorgane, dass dieser Grundsatz nicht verhandelbar ist. Darf ich eine Frage stellen? Das ist... Ich möchte nicht unterbrechen. Wenn das so ist, dann würde doch nicht mit deutschem Geld die israelische Sicherheit und das Existenzrecht Israels unterwandert werden, indem man mit den UNRAS-Schulen, die dort jetzt schon seit einigen Jahren, aber allein letztes Jahr mit 210 Millionen Dollar finanziert werden, an diesen UNRAS-Schulen, Kriegserziehung, Antisemitismus in den palästinensischen Gebieten, sowohl im Gazastreifen als auch im sogenannten Westjordanland, werden diese UNRAS-Schulen finanziert mit deutschem Geld, als Geldgeber Nummer eins. Die Schulbücher sind dort voll mit antisemitischen Stereotypen, mit Geschichtsklitterungen, einem völlig falschen Geschichtsnarrativ. Märtyrertum wird da glorifiziert, an den UNRAS-Schulen findet man die Gesichter von Selbstmordattentäter, die dort als Helden stilisiert werden. Das alles passiert mit deutschem Geld und wir reden hier von 500.000 Schülern jeden Tag seit vielen, vielen Jahren. Und das ist keine Friedenserziehung. Wenn man das finanziert, wenn man Kriegserziehung finanziert und gleichzeitig aber hier in Deutschland sagt, man sei hier irgendwie Israelsicherheit sei Staatsräson, dann ist das nicht miteinander vereinbar. Und das passiert und das verstehe ich dann überhaupt gar nicht. Können wir das vielleicht ergänzen? Ich antworte darauf, ich kenne zum Teil diese Inhalte, die ich ablehne. Ich lehne auch eine Finanzierung dieser Inhalte ab. Wir haben uns damit bereits beschäftigt, auch im Auswärtigen Ausschuss. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt ganz wichtig ist, dass das Auswärtige Amt nochmal alle diese Dokumente, die dort benutzt werden, also Lehrbücher und anderes mehr überprüft. Ich nehme das sehr ernst. Ich will nur hinzufügen, dass wir Schulen... Diese Überprüfung kostet Menschenleben, schon seit vielen Jahrzehnten. Diese Unterstützung trotzdem wichtig ist, weil Bildung gerade in der Westbank, auch im Gazastreifen mit internationaler Hilfe, auch mit Deutschland wichtig ist. Ich will es nochmal sagen. Ja, aber doch nicht mehr. Eine von Hamas unterwanderten Organisationen wie der UNRWA, das wissen Sie, das ist alles inzwischen dokumentiert. Und das muss auf jeden Fall gestoppt werden. Oder wenn man schon den Mitgeber... Moment, ich lasse Sie wirklich lange ausreden. Bauen und unterstützen und... Bitte. Ja, nee, bauen und unterstützen. Aber wenn die Leute dort ganz offiziell Gesichter von Selbstmordattentäter an die Wände... Das habe ich nicht. Ja, aber das weiß man, das ist alles dokumentiert. Dann hat man als Geldgeber Nummer eins Deutschland das Recht zu fordern, dass dort Friedenserziehung umgesetzt wird. Wenn wir das gehört haben, und Herr Zimiak hat es nochmal betont, und ich will es auch nochmal so differenziert in den Raum stellen. Also das eine ist die politischen, demokratischen Parteien, die das formulieren. Das andere, darüber diskutieren wir ja die ganze Zeit, ist in Teilen der Bevölkerung. Ist ja die Frage, dass die Existenz Israels gesichert ist, mindestens in der Diskussion. Wie glaubwürdig ist aber die Politik der Bundesregierungen, auch dieser Bundesregierung, wenn es immer heißt, wir sind an der Seite des Staates Israel. Im Konflikt, den wir auch hier jetzt besprechen. Da würde ich sehr genau unterscheiden. Ich glaube zum Beispiel, Paul Zimiak, dass er das genauso macht und auch erarbeitet in seiner täglichen Arbeit, wie er das hier schildert. Ich glaube, dass das nicht im gleichen Ausmaß auf alle Mitglieder der Bundesregierung zutrifft. Ich verstehe Herrn Salomos Zorn und teile ihn über die Unterstützung entsprechender Vorfälle oder mit Terroristen assoziierter Schullektüre in den palästinensischen Gebieten mit deutsch am Geld. Das muss man einfach sehr genau unterscheiden. Ich sehe auch über die Bundesregierung hinaus in einer Bandbreite, die beileibe nicht komplett antisemitisch zu nennen wäre, es wäre vollkommen falsch, auch nicht komplett anti-israelisch zu nennen wäre. Aber ich sehe über die Regierung hinaus in der Politik durchaus eine Debatte, in der sich die Sicherheit des Staates Israel als Staatsräson Deutschland nicht immer widerspiegelt. Zum Beispiel ist auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, wie sie in einem öffentlich bekannten Video gesagt hat, Annalena Baerbock, der Meinung, Deutschland sollte keine Militärtechnik an Israel liefern. Das ist, wenn Sie mich fragen, weder antisemitisch noch irgendwie gegen unsere Verfassung gerichtet. Aber wenn man sagt, das ist unsere Staatsressort, dass Israel sicher sein soll, das vermutlich bedrohteste Land oder eines der bedrohtesten Länder dieses Planeten, dann ist es doch völlig falsch, Israel keine Militärtechnik liefern zu wollen. Und deswegen sage ich schon, dass in der deutschen Politik, ich empfinde das nicht ganz so positiv wie Herr Ziemiak, auf ihn bezogen durchaus. Er ist, glaube ich, auch derjenige, der völlig ungerührt eine zweite Israel-Flagge vom Konrad-Adenauer-Haus gehisst hat, nachdem die erste natürlich gestohlen wurde. Aber über ihn hinaus, auch über seine Partei hinaus, sehe ich schon, dass diese Frage in der deutschen Politik total verhandelbar ist. Man muss auch bedenken, es gibt deutsche MDBs, Inge Höger, solche Leute von der Linken, die fahren bei absolut antisemitischen Reisen mit, framen antisemitische Narrative in Bezug auf Israel, beteiligen sich an Hetze und so weiter und so fort. Das gibt es in verschiedenen Parteien, die Linke ist besonders auffällig. Insofern, das gibt es alles in der deutschen Politik. Auch die Jugendorganisation, auch die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, beispielsweise sind in Verbindung mit schlimmsten Antisemiten. Der stellvertretende Parteivorsitzende der SPD, Herr Kühnert, hat auch nicht die Kraft zu sagen, dass diese Verbindung falsch ist, sondern er hält ja daran fest, zu diesen Organisationen, deren diese Antisemiten angehören, weiter zusammenarbeiten. Und das halte ich für einen Fehler. Aber dann will ich es versuchen, aus einer anderen Perspektive. Wenn, wie Sie es jetzt nochmal sehr bekräftigt haben, die Sicherheit Israels zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland gehört, dann muss man sich auch die Frage stellen, warum die Außenpolitik dieser Bundesregierung gegenüber dem Iran, der die Hamas finanziert, der die Hezbollah finanziert, der in Syrien verantwortlich ist mit Russland, dass hunderttausende Muslime, syrische Zivilisten umgebracht werden, dass die Bundesrepublik Deutschland in dem Moment, wo es um Iran geht, auch bei Sanktionen gegen den Iran, jedenfalls mit einem Auge nicht das sehen will, was die Existenz des Staates Israel gefährdet, nämlich die Aktivitäten des Irans, die wahrscheinlich auch die Hamas mit Geld und mit Waffen nochmal so hochgerüstet haben. Warum ist das so? Das müssen Sie diejenigen fragen, die das so sehen. Ich sehe nur, dass das häufig ausgeblendet wird, dass auch Irans Aktivität im Libanon beispielsweise völlig ausgeblendet wird, auch in der ganzen Betrachtung. Wir haben vor einigen Monaten den Fokus gehabt auf Beirut nach der Explosion und die Frage, wie sieht eigentlich die Situation dort aus. Der Iran hat ein großes Interesse an einer Destabilisierung des Libanons, genauso wie in der Stärkung anderer Organisationen, nicht nur der Hezbollah, sondern jetzt auch der Hamas und verfolgt eine klare Politik, die auf die Vernichtung des Staates Israel ist. Aber müsste man da nicht noch deutlicher sanktionieren? Ich finde ja, wir haben nur eine Diskussion. Die Wahrheit ist doch, dass wir eine Debatte gehabt haben, dass wir auf der einen Seite das Abkommen hatten unter Obama und die Kritik von Trump und plötzlich war alles so, also man konnte sehr viel an Trump kritisieren, zu Recht ja auch, er hat ja viele, er hat ja nicht versöhnt, sondern gespalten und trotzdem war nicht alles falsch. Also der Hinweis auf das Risiko, das vom Iran ausgeht und ob dieses Abkommen wirklich so vielversprechend war, das wage ich zu bezweifeln. Das habe ich damals auch und die Bedenken Israels sehr ernst genommen. Aber die Bundesregierung verschärft doch nicht in den letzten Monaten, auch jetzt in diesen Tagen, ihr Verhältnis zum Iran. Ich meine, wir diskutieren über Sanktionen, beispielsweise gegen Russland wegen der Okkupation, völkerrechtswidrig der Krim. Noch einmal, Sie sagen es selbst, Donald Trump, man kann zu ihm sein stehen, wie man will, hat beim Iran klare Kante gezeigt. Europa, die Europäische Union und auch die Bundesregierung scheint da von der Kante eher runder zu sein. Wenn man sagt, die Sicherheit Israels ist unverzichtbar für uns, ist Staatsräson, wie kann man dann gleichzeitig nicht in aller Deutlichkeit dem Iran die rote Karte zeigen, als die Bundesregierung, die diese Republik dann vertritt? Das verstehe ich nicht, das muss ich lernen, wie man das kann, das eine und das andere. Also ich habe Ihnen meine persönliche Auffassung. Jetzt die politische. Und das ist auch meine politische und das ist auch die Meinung vieler in der CDU. Es gibt eine andere Sichtweise, auch in der Regierung, die sagen, das Abkommen und vor allem Dialog auch mit dem Iran führt eher dazu, dass die Situation nicht eskaliert. Sie haben mich gefragt, wie kann man das erklären? Und ich erkläre die Sichtweise, sage gleichzeitig nicht jeder, der für das Abkommen war mit dem Iran, Antisemit ist. Das wäre völlig falsch. Das ist nicht die Diskussion. Deswegen völlig falsch. Wir sind jetzt bei der Staatsräson. Es gibt eine Position, die sagt, das ist auch zu subsumieren unter dem Begriff der Staatsräson, Dialog und dadurch die Risiken zu minimieren. Ich teile es nicht. Herr Boje. Ich teile es auch nicht. Iran reichert nukleare Stoffe an, relativ unbehelligt. Gelegentlich gelingt es den israelischen Nachrichtendiensten, einen Teil davon in die Luft zu sprengen oder zu sabotieren. Man muss froh sein, dass es sich bei Israel um ein extrem technologisch hochentwickeltes Land handelt, das diese Verhinderungsoperationen durchführen kann, die natürlich immer von allergrößter Gefahr auch für die beteiligten Israelis geprägt sind. Ich glaube, was Iran wirklich in den letzten Jahren aufgehalten hat, ist, als einer ihrer absolut führenden Nuklearwissenschaftler an einem Anschlag gestorben ist. Man darf davon ausgehen, dass da israelische Dienste dahinter stecken. Und zweitens, als Donald Trump den Oberterroristen Soleimani liquidiert hat durch eine Luftbodenrakete, das klingt sehr kaltblütig und sehr brutal, das so zu sagen, aber das ist Teil von Politik. Der Mann hat Terrorismus rund um die Welt finanziert, gesponsert, angeführt, ausgebildet, insbesondere auch im Gazastreifen, insbesondere immer gegen Israel gerichtet. Das sind Aktionen, die Iran wirklich davon abhalten. Wir wissen auch ganz genau, da sind wir wieder beim Stichwort Sonntagsreden, Iran bekräftigt das eine in Wien und setzt auch hemmungslos Unterschriften unter irgendwelche Verträge, macht aber letzten Endes das andere. Wenn Iran erstmal eine Atommacht ist mit einer funktionsfähigen Atomwaffe, die auf Israel abgefeuert werden könnte, dann hat sich die Situation völlig verdreht, dann kann man eigentlich nur noch reaktiv reagieren. Und deswegen halte ich den aktuellen Umgang mit Iran für grundfalsch. Und auch genau wie Sie das in Ihrer Frage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch insinuiert haben, für dem Ziel Deutschlands, dem erklärten Ziel Deutschlands, die Sicherheit Israels mit garantieren zu wollen oder mit für sie sorgen zu wollen, vollkommen entgegengesetzt. Und jetzt muss ich Sie fragen, was die Türkei angeht und alle da. Der Iran ist ja noch relativ weit, die Türkei ist wirklich um die Ecke. Und ich habe es schon angesprochen, Erdogan seit Jahren hat sein Feindbild festgezohrt, der Staat Israel. Er soll auch vernichtet sein, in dem Sinne, dass die Zwei-Staaten-Lösung aus seiner Sicht eigentlich nicht die richtige ist, Palästina sollte es sein und sonst gar nichts. In den sozialen Medien, die auch von ihm beeinflusst werden, nicht nur in der Türkei, sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland, wird diese Form von Kommunikation durchgeführt. Wenn der Satz stimmt, dass die Verantwortung Deutschlands damit zu tun hat, dass die Sicherheit Israels gewährleistet ist, und wenn der Gedanke stimmt, dass Präsident Erdogan, nicht die Türken, sondern Präsident Erdogan, in dieser Form die Vernichtungsfantasie, die Aggressionsfantasie steigert, was müssten Sie oder was erwarten Sie von der deutschen Politik? Im Grunde genommen muss man mit Herrn Erdogan gar keinen Dialog mehr suchen. Mit diesem Mann kann man keine Geschäfte mehr machen. Und deshalb spreche ich auch von doppelten Standards, auch an dieser Stelle. Also Iran und die Türkei sind ja die beiden Länder, die sich gerade exponieren. Sie haben das einleitend gesagt. Wir wissen, und es ist ja Tatsache, dass viele arabische Länder sich gerade gar nicht äußern, beziehungsweise sich zurückhalten. Und das hat seinen Grund, weil es in den letzten Jahren positive Entwicklungen gegeben hat im Dialog mit Israel. Man hat angefangen, Friedensgespräche zu führen und Friedensprozesse sind eingeleitet. Das darf man doch nicht übersehen, dass sehr viele... Wovon die Palästinenser aber nicht profitieren. Das muss man fairerweise auch hier sagen. Natürlich, diese Brücke wollte ich bauen. Und gerade zu diesem Thema Nahostkonflikt, Israel-Palästina, haben diese Länder auch eine gewisse Meinung, weil sie sehen, dass der politische Islam und mit Hamas der Terrorismus eben agiert. Und Erdogan unterstützt genau diesen politischen Islam. Aber Realpolitik verlangt den Dialog selbst mit Diktatoren und... Aber Staatsräson, haben Sie gesagt. Und an der Stelle muss man dann auch wirklich die Frage stellen, was beinhaltet Staatsräson? Beinhaltet Staatsräson auch, dass es Schlupflöcher gibt und dass man ab und zu dann mal auch Augen zudrückt? Weil man sagt, wir müssen auch mit solchen Ländern am Ende doch auskommen und gemeinsame Lösungen finden. Und ich sehe bei Herrn Erdogan nicht, dass da ansatzweise eine Akzeptanz Israels irgendwie auch zu sehen ist. Also ich sehe das ein bisschen differenzierter. Jetzt bin ich unverdächtig als Generalsekretär der CDU, eine Position einzuschlagen, wie Ihnen die SPD oder die Grünen mit Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union sofort zu fordern. Aber wir haben gerade über den Iran gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Türkei. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen der Türkei und... Nein, nein, wir haben über Erdogan gesprochen. Das ist nur unterstreicht. Jetzt sind wir bei Erdogan. Natürlich brauchen wir den Dialog mit Erdogan. Wir brauchen den Dialog mit der Türkei. Ich vermisse in Deutschland zunehmend eine Haltung, die verloren gegangen ist, die Widersprüche aushält. Wir haben mittlerweile eine, wenn ich das sagen darf, eine Art von Politikverständnis bei zu vielen über Parteigrenzen hinweg, die entweder sagen, wir sprechen mit Kaczynski nicht, wir sprechen mit Putin nicht, obwohl ich die nicht vergleiche um Gottes Willen, mit dem und jenem Staatschef nicht, mit Macron wollen wir alles oder gar nichts. Und das zieht sich dann hin bis zu der Frage Erdogan und andere, Trump. Und andere, die sagen, mir ist das alles egal, was die haben für Positionen. Hauptsache das Geschäft stimmt und wir machen unseren Deal. Der kann wirtschaftlich sein oder der kann politisch sein. Wir brauchen beides. Wir brauchen Dialog. Wir brauchen gleichzeitig klare Kante. Wir brauchen, wir müssen Widersprüche aushalten. Und die Türkei ist für uns in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Partner, auch in Fragen der Sicherheit und der Zusammenarbeit. Und Dialog mit der Türkei, mit klaren Linien auf unserer Seite, aber Dialog mit der Türkei wird uns eher zu einer Situation führen, wo wir mehr Frieden haben und mehr Stabilität als ohne. Ist übrigens auch NATO-Partner. Aber wie vereinbart sich das Ganze damit, dass wir in den letzten 20 Jahren gerade mit Erdogan zunehmend hier in Deutschland eine Gruppe von türkischen Nationalisten haben, die anderen das Leben schwer machen. Und unter diesen Menschen besonders aktuell auf den Demonstrationen die türkische Fahne wedelnd Antisemiten immer lauter und lauter geworden sind. Und da ist, so sehr ich auch selbstverständlich gerne differenziere und ihre Differenzierung auch respektiere, und dass man auch mit Diktatoren und Schurkenstaaten Geschäfte macht, weil man versucht, in Frieden zu treten. Nein, nicht Geschäfte. Ich spreche hier nicht von Geschäften, sondern... Ja, da sind Geschäfte. Also ich würde sagen, da sind Geschäfte. Na gut, bei China sind es Geschäfte. Oder? Ja. Aber wir sind jetzt bei der Türkei. Also man macht in der Politik auch Geschäfte. Danke, Herr Frieden. Also es ist so, dass man auch Geschäfte macht. Nun sind wir bei der Türkei. Und wo sind die Grenzen? Und wir wissen, dass Herr Erdogan wirklich ein Antreiber von Hass ist. Wirklich ein Motor, der so schnell läuft, gerade in den letzten 10 Jahren, so angezogen hat. Und diesen Hass hier auch wirklich schafft, unter türkischen Leuten so zu verbreiten, dass dieses Volk sich nicht mit Deutschland identifizieren kann. Also nicht dieses Volk. Ich muss da doch intervenieren. Entschuldigung. Sorry. Nee, ich rede von denen. Nein, nein, auch nicht von denen. Also da möchte ich, entschuldigen Sie, doch intervenieren, weil das geht nicht. Also es gibt hier einige Menschen, die Türken sind. Ich bin selbst eine. Also Sie haben mich missverstanden. Ja, aber das ändert nichts daran, dass nicht das Folgen. Dann korrigiere ich das Wort, wenn das Wort Sie so sehr aufträgt. Ja, aber es ist eine Verallgemeinerung. Und wir kämpfen gerade den ganzen Abend gegen Verallgemeinerung. Und das gilt dann für mich für alle. Ich wollte es nur kurz. Ich wollte anhängen, dass ihn wählt. Also es ist ja so, dass wir hier eine Gruppe von Menschen haben. Und dann, wenn Sie da gerne auch was Positives anbringen möchten. Herr Erdogan ist im Übrigen wirklich der erste Präsident gewesen, der sich überhaupt um die Gastarbeiter und die nächsten Generationen hier gekümmert hat. Das weiß ich doch auch alles. Aber er hat es in eine Form gegossen jetzt. Ich will das kurz. Also Dialog auf der einen Seite. Wir brauchen natürlich den Dialog zwischen den Administrationen beider Länder. Wir brauchen auch den Dialog natürlich zwischen den Zivilgesellschaften. So das Erste. Die Sicherheitszusammenarbeit steht nochmal auf einem anderen Blatt. Was ist mit den Menschen, die hier sind? Und da ist es ganz einfach. Wir haben Menschen, die hier sind, die Straftaten begehen. Von Volksverhältnissen bis zu Beleidigungen bis zu Anschlägen auf Synagogen und anderes mehr. Wenn jemand hier lebt und nicht deutscher Staatsangehöriger ist, dann hat er ein anderes Recht hier beispielsweise zu sein, indem er einen Aufenthaltstitel, egal in welcher Form, hat. Und ich bin der Meinung, das gilt für diese Fälle, aber auch für andere Fälle. Wenn man dann Straftaten begeht und wir sind in einem Rechtsstaat, also rechtskräftig verurteilt wurde, dass man dann das Land zu verlassen hat. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Und darüber müssen wir sprechen. Und wenn man in Deutschland sich auffällt und nicht deutscher Staatsangehöriger ist, die können wir nun mal aufgrund des Grundgesetzes ja nicht abschieben, wohin auch, muss man abgeschoben werden. Dann hat man das Land zu verlassen. Organisationen, die antisemitische Hetze sehen, die müssen verfolgt und verboten werden, so wie ich das jetzt auch gesagt habe, mit Unterstützungsinitiativen von, wie beispielsweise der Hamas. Und jetzt will ich aber trotzdem ein bisschen tiefer gehen. Nur zu sagen, wir sprechen mit Organisationen wie DITIB gar nicht mehr, ist keine Lösung, weil wir natürlich in einem Dialog, glaube ich, schon viel erreichen können. Das hat niemand gesagt. Das ist doch wirklich ein gewaltiger Unterschied, ob man den Kontakt abbricht. Und da bin ich ja, ich sprach vorher über den Iran, für mich wirklich ein Terrorstaat. Richtig. Aber sehe ich genau wie Sie, Türkei muss man vollkommen anders differenzieren, ist auch sehr nah an Deutschland dran in vielerlei Hinsicht. Aber es ist doch ein gewaltiger Unterschied, ob ich sage, ich erhalte zum Beispiel den Kontakt zu einer DITIB, zum Beispiel auch in der Türkei, oder aber, ich bin ja eine DITIB hier vor Ort, ein in den Religionsunterricht, der an deutschen Schulen stattfindet. Das ist doch ein himmelweiter Unterschied. Es geht doch in diesem Fall gar nicht darum, den Kontakt abbrechen zu lassen und zu sagen, Mensch, in der Türkei reden wir nicht mehr, mit der Religionsbehörde schon gar nicht. Nein, das würde ich auch für falsch halten. Aber diesen Institutionen aktiv Raum zu verschaffen, junge Generationen in Deutschland prägen zu können, mit ihrer Hetze, und es ist Hetze, das ist doch eine völlig andere Sache und das halte ich für grundfalsch und das ist genau das, was gerade in NRW passiert. Und den Unterschied würde ich gerne, Stichwort differenzieren, machen. Stichwort differenzieren ist gut und Sie sprechen Nordrhein-Westfalen an. Ich teile das, was Sie sagen, aber so ist es ja auch nicht in Nordrhein-Westfalen. Ihre Unterstellung war gerade, dass dort Raum geschaffen wurde durch Verträge für Hetze, die aus der Türkei gesteuert werden, oder die Frage, so wie es in Wirklichkeit ist, Einbindung. Die Aufsicht über auch den Religionsunterricht liegt natürlich in staatlicher Hand, anders kann das nicht sein. Wir haben übrigens den ersten Lehrstuhl für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern bei der Islamkunde in Osnabrück und auch in Münster. Da geht Nordrhein-Westfalen übrigens mit der Staatssekretärin Güler einen vorbildlichen, einen vorbildlichen Weg. Und es ist nun mal Fakt, dass wir einen Unterricht schaffen, der auch dazu führt, dass ihn junge Musliminnen und Muslime besuchen und dieser auch akzeptiert wird mit den Werten, für die wir als Rechtsstaat und Demokratie stehen. Nur eine ganz kurze Replik, erlauben Sie mir, dass ich das auch noch mal aus meiner Sicht richtig stelle. Diese Einbindung, was ist das denn anderes, als dieser Organisation Raum zu geben, sich in den Religionsunterricht einzubringen? Und ich glaube auch, dass Sie sich täuschen, auch aus Ihrer eigenen Partei ist die Kritik mittlerweile so ohrenbetäubend laut in NRW. Ich würde mich nicht wundern, wenn das in den nächsten Tagen korrigiert werden würde. Aber ich habe das jetzt zur Kenntnis genommen. Jetzt würde ich gerne noch eine Perspektive dazu nehmen. Ist es nicht ein Verschulden einer Gesellschaft, die Millionen Menschen eingeladen hat, nach Deutschland zu kommen, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, vor 20 Jahren, und nicht begriffen hat, dass sie letztendlich Bürger und Bürgerinnen in diesem Land sind und einen Religionsunterricht deswegen auch gar nicht aufgebaut hat für junge Muslime, für die nächste und nächste Generation, weil sie mit eigentlich auch Disrespekt sich angeschaut haben, dass hier Millionen Menschen leben mit einer Religion, in dem Fall den Islam. Der ist nicht automatisch radikal. Nicht jeder, der aus der Türkei kommt, ist automatisch radikal gewesen, antidemokratisch, im Gegenteil. Die meisten, die hier leben, sind Bürger und Bürgerinnen dieses Landes so durchschnittlich auffällig, unauffällig wie alle anderen. Und weil man das über Jahre eben aus der deutschen Perspektive nicht verinnerlicht hat, hat man sich immer auf Religionsunterstützungsunterricht aus den Ländern verlassen. Das war ja nicht nur die Türkei. Es gab noch andere Länder, die viel radikaler sind. Und hat diese Jugendlichen denen überlassen. Also muss man da auch nicht einen Augenblick selbstkritisch, wenn wir schon über all diese Dinge reflektieren, sagen, es ist allerhöchste Zeit, dass wir begreifen, dass deutsche Staatsbürger, Menschen, die bei uns leben, auch Muslime, eigentlich von der Gesellschaft, diesem Staat und der Politik den Unterricht bekommen, den sie auch verdienen, wie der christliche Religionsunterricht oder der jüdische. Naja, man war auch dankbar, dass die Auslandsfinanzierung stattgefunden hat. Man war auch dankbar, dass das abgenommen wurde. Da haben sie vollkommen recht. Man hat sie walten lassen, die Verbände, weil man dann selbst nicht so viel Last hatte. Würde ich mal sagen. Ich glaube, man hat sich gar nicht damit beschäftigt. Ich will nur mal darauf eingehen. Für mich ist klar, damit da auch kein Missverständnis entsteht. Alles, was passiert in deutschen Schulen, übrigens nicht nur in Schulen, sondern auch darüber hinaus muss auf der Grundlage unseres Grundgesetzes und der einfachen Gesetzgebung stattfinden. Das ist überhaupt keine Frage. Und unabhängig davon, dass ich jetzt nicht ins Detail gehen will, weil ich mich da auch nicht ausbinde, bin ja nicht zuständig für Bildungspolitik in einem Bundesland. Aber die Wahrheit ist, wir haben uns damit gar nicht beschäftigt. Wir haben gar nicht die Bedürfnisse angenommen, zu sagen, dass Kinder und Jugendliche in einem muslimischen Elternhaus groß werden und Religionsunterricht brauchen wollen oder dass das Elternhaus verlangt. Und wie organisiert man das? Das habe ich doch in meiner Schulzeit erlebt, dass das gar nicht diskutiert wurde. Diejenigen, die nicht katholisch oder evangelisch waren, übrigens in einigen Regionen Deutschlands, wenn man nicht katholisch war oder nicht evangelisch, da hatte man Freistunde, weil man der Einzige war in einer Klasse. Und damit sind wir heute weiter. Und es ist doch beides richtig. Wir haben diesen Raum hinterlassen. Wir haben übrigens, weil wir jetzt so lange über DITIB gesprochen haben, da haben wir ein relativ klares Bild. Wir sprechen über die Einflussstrukturen aus der Türkei. Wir wissen aber auch, dass die DITIB-Moscheen nicht das größte Problem sind, sondern wir haben das größte Problem für Sicherheitsbehörden beispielsweise, sind Moscheen, von denen wir überhaupt nicht wissen, wer ist da im Hintergrund, wo sind sie, was ist da für eine Struktur hinter, wo wir gar keinen Überblick haben. Das ist ein wichtiges Stichwort und darüber will ich wirklich noch ein paar Minuten mit Ihnen reden. Die Kanzlerin spricht von den unerträglichen antisemitischen Äußerungen auf einigen Demonstrationen der letzten Tage. Und sie sagt, ich zitiere, Wer Hass gegen Juden auf unsere Straßen trägt, wer volksverhetzende Beleidigungen äußert, stellt sich außerhalb unseres Grundgesetzes. Solche Taten müssen konsequent geahndet werden für Täterinnen und Täter mit spürbaren Folgen. Wer steht eigentlich der Kanzlerin in den Sicherheitsbehörden, in den Staatsanwaltschaften seit Jahren im Wege, genau das zu tun, zu ahnden, ist hier nicht ein Versagen auch der Wahrnehmung, dass man judenfeindliche Äußerungen, Taten, dass man sie nicht ahndet mit aller Konsequenz, ist das nicht auch ein Stück des Versagens dieser Öffentlichkeit? Absolut. Sehe ich genauso. Ich fand stark, was der Zimiak vorher gefordert hat, zum Beispiel die Straftatsbestände auch dahingehend zu überprüfen, ob nach einer rechtskräftigen Verurteilung die Abschiebung erfolgen soll. Ich glaube, das ist eine sehr harte Maßnahme. Damit zerstört man im Zweifel das Leben eines Menschen. Und wenn das zum Beispiel möglich wäre nach Holocaust-Leugnung, was aus gutem Grund in Deutschland ein Straftatsbestand ist, dann würde das, glaube ich, ein klares Signal setzen. Es müsste dann nur eben auch schnell ermittelt werden, schnell geschehen, zu einem schnellen Gerichtsverfahren kommen. Und da spreche ich aus der Erfahrung, ich habe darüber als Reporter mehrere Reportagen geschrieben, wie lange die Gerichtsverfahren eben in Deutschland dauern, wie lange die Ermittlungen in aller Regel dauern, wie überlastet die Justizbehörden sind. Das ist ein sehr viel grundsätzlicheres Problem. Das aber in dem Themenkomplex, den wir heute Abend besprechen, eine ganz besondere Rolle spielt. Warum? Weil wir sehr oft mit Tätern zu tun haben, die eben ohnehin teilweise aus bildungsfernen Haushalten kommen oder auch aus Ländern kommen, in denen sie die demokratischen Gewerke, auch die juristischen Gewerke gar nicht so kennengelernt haben und sich deswegen sehr wundern, dass sie zwei Jahre, nachdem sie eine Tat zumindest mutmaßlich begangen haben, plötzlich eine Einladung zu diesem komischen Gericht bekommen. Und solange das eben so lange dauert, hat man auch überhaupt keinen, also der Erziehungseffekt, der bei einem Gerichtsverfahren ja auch erwünscht ist, der fällt völlig unter den Tisch. Ja, ich habe das mal länger beobachtet beim Gericht in Moabit, wo es eben genau um solche Fälle auch ging. Und insofern ist das eine Herkulesaufgabe. Da müssen halt auch deutsche Gerichte schneller werden. Die Probleme mit der ganzen juristischen Versorgung des Landes muss gelöst werden. Wir brauchen sicher mehr von allem, Staatsanwälte, Richter, Ermittler und so weiter. Und wie gesagt, es spielt eben in diesem Themenfeld ein ganz besonderes Problem, weil die Leute überhaupt nicht merken, dass das, was sie tun, sozusagen strafrechtliche Folgen nach sich zieht. Wenn das schnell gehen würde, ja, heute stehe ich mit einem Plakat auf einer Demo, wo ich irgendwie schreie, Jude, Jude, ja, diverse Schimpfwörter, wir haben es 2014 alle gesehen. Ja, oder Jude in Gas. Ja, oder ich leugne den Holocaust, den Holocaust hat es nie gegeben. Zack, zwei Wochen später sitze ich in U-Haft, vier Wochen später werde ich abgeschoben. Wenn das gehen würde, dann wäre zumindest diese Art von Antisemitismus, wir betonen ja hier völlig zu Recht, dass es noch immer zwei weitere gibt, um die wir uns dringend kümmern müssen, viel schneller eindämmbar. Gut, aber es bleibt, es bleibt der andere. Herr Friedmann, was steht dem im Wege? Und an diesem Beispiel festzumachen, es ist nicht eine Frage der Bundesregierung, sondern es ist eine Frage von praktischer Umsetzung vor Ort. Wie streitet die Polizei ein bei diesen Veranstaltungen? Ich erinnere an die Situation, als aus einer privaten Wohnung eine Israel-Fahne durch die Polizei entnommen wurde, durch Eintreten der Tür, weil der Polizeiführer angeordnet hat, die Fahne zu entfernen, statt den Mob unter Kontrolle zu bringen, der das Haus oder diese Wohnung stürmen wollte, weil es als Provokation gesehen wurde. Das Gleiche passierte in Hagen leider Gottes. Diese Woche, wo eine Israel-Fahne abgenommen wurde, um Menschen nicht zu provozieren. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt sage ich was zu der Abschiebung, weil Sie gesagt haben, es ist eine sehr harte Maßnahme und man zerstört das Leben von Menschen. Aber ich fand sie gut, ich fand den Vorschlag gut. Ja, das ist richtig, aber wir brauchen diese Klarheit. Ich habe die Justizvollzugsanstalt hier in Berlin in Moabit besucht, eine große JVA und habe mit Jugendlichen gesprochen, die dort eine Freiheitsstrafe verbüßen, die Migrationshintergrund haben. Die Situation ist ja heute noch viel schlimmer. Die Situation ist heute nämlich noch so, dass die Rechtslage so kompliziert ist, nicht nur kompliziert, sondern die Exekution dieser Gesetze ist so unzuverlässig, dass diese Jugendlichen zum Teil über Jahre nach der Entlassung aus der Haft nicht wissen, passiert da eigentlich noch, was, werde ich abgeschoben oder bleibe ich hier? Und am Ende gibt es keine Perspektive übrigens. Und deswegen fordere ich eine klare Haltung zu sagen, wenn man den Holocaust leugnet, wenn man antisemitische Straftaten oder andere Straftaten, die zum Beispiel Verbrechen sind, begeht, zu einer Freiheitsstrafe, wir sprechen nicht über Falschparten, zu einer Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt, dann muss unverzüglich die Abschiebung... So, Herr Salomon, jetzt müssen Sie mir helfen. In Freital, in Heidenau, auch in Mölln-Solingen, immer dann, wenn deutsche Staatsbürger, die nicht abgeschoben werden können und nicht muslimisch sind, unterwegs sind, Volksverhetzung, Leugnung des Holocaust, das Verwenden der Hakenkreuze und sonstiger verbotener Symbole machen. Wenn ich oder wer auch immer hier am Tisch Mails bekommt, wo man mittlerweile sogar identifizieren kann, wer der Absender ist. Und rechtlich eigentlich kaum etwas passiert. Was sind das dann für Signale, die auch dieser Rechtsstaat, um nochmal zu sagen, Demokratie hat was mit Rechtsstaat zu tun, in die Richtung dieser Antidemokraten sendet? Kavaliersdelikt? Also für mich als Jude, der eben sehr viele Anfeindungen auch bekommt durch die Arbeit, die ich mache und diese Dinge auch schon lange artikuliert hat, ist es ein Gefühl der Hilflosigkeit und der Willkür, die an uns herangetragen wird, weil man einfach das Gefühl hat, es passiert einfach nichts. Und ich würde aber trotzdem etwas noch zu dieser Abschiebungsdebatte sagen. Also ich finde, bevor wir von Abschiebung sprechen, sollten wir doch auch eine Chance vielleicht versuchen zu nutzen, die es gibt und zwar mit Deradikalisierung und Erziehung gegen Extremismus. Also ich meine, wenn man gerade etwas spricht hier über Jugendliche, also Leute, die in den JVA beispielsweise sind, man kann sie vielleicht durchaus noch auch erreichen und da gibt es ja auch Programme und ich halte das auf jeden Fall für eine vertane Chance und gleichzeitig ist es halt auch, auch in meiner Arbeit stelle ich das fest, wenn ich an Schulen gehe, viele Menschen warten nur darauf, dass da Leute kommen und wirklich diese festgefahrenen Denkstrukturen auflösen und sie aufbrechen. Und da würde ich wirklich nur die ganz, ganz Schlimmen, die wirklich nicht mehr zu deradikalisieren sind. Jetzt sind wir wieder bei der Frage, wann beginnt die Gewalt? Was sind ganz, ganz Schlimme? Ich muss das Rationale hier übersetzen. Ich habe von rechtskräftigen Freiheitsstrafen, also in Deutschland, wenn sie nicht mehr auf Bewährung, sondern wenn der Richter sagt, sie müssen weggeschlossen werden, das ist schon, das passiert nicht beinahe bleiben. Und ich möchte, nachdem wir da hier ein Konzept besprochen haben, zurückkehren auf die, die wir nicht abschieben können, meine Damen und meine Herren. Und vor allem das ist die Mehrheit. Und das sind nicht wenige. Das ist die Mehrheit. Und ich möchte uns als deutsche Staatsbürger, als Bürger dieses Landes dann doch nochmal auffordern, darüber nachzudenken, NSU. Nicht alle, nicht mal die meisten, sondern wenige, aber viel zu viele sind in der Polizei, in der Staatsanwaltschaft und mittlerweile auch als Richtersympathisanten der AfD. Und ich erlaube mir zu später Stunde zu sagen, man kann seine Hände nicht in Unschuld waschen und so tun, als ob man eigentlich nicht demokratiefeindlich, nicht judenfeindlich ist, wenn man die AfD wählt und sympathisiert. Und da höre ich gerne Ihren Widerspruch gleich, nur damit wir das mal jetzt auch auf diese Richtung diskutieren. In Sachsen, ich bitte Sie daran zu erinnern, und das ist eine politische Frage auch, hat die sächsische Generalstaatsanwaltschaft bei Freital nicht ermittelt gegen eine terroristische Vereinigung. Und weil das in Sachsen so schief ging, hat dann die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft, das an sich gerissen, mittlerweile rechtskräftig verurteilte Deutsche. Also die Frage, die mich dann doch interessiert, während den Anfängen, auch in der juristischen Aufarbeitung, wie viel Nachholbedarf ist nötig, um das, was wir Generalprävention nennen und ähnliche Dinge glaubwürdig in diese Öffentlichkeit zu tragen. Das ist mir völlig egal, aus welcher Staatsbürgerschaft, Religion diese Taten begangen werden. Es ist eine Frage von Aufmerksamkeit, egal über welche Art von Antisemitismus, Rassismus, Gewalt und Ausgrenzung wir sprechen. Auf der einen Seite Prävention, deswegen danke, dass Sie es nochmal angesprochen haben. Das eine ist also Prävention und Repression ist wichtig. Und bei der Repression ist es wie bei allen Fragen von organisierter Kriminalität. Und das meine ich so, wie ich es sage, weil wenn ich Menschen zusammenbringe durch Musikkonzerte, dort Hass sehe, dann ist das organisierte Kriminalität, weil das die Grundlage für spätere Straftaten liegt, muss ich das Leben für diejenigen, die oben an der Spitze stehen, die das organisieren, ungemütlich machen. So ist es nun mal. Das habe ich in Strukturen, wo Menschen angeworben werden, beispielsweise angeworben wurden, für den IS zu kämpfen, bei Clan-Kriminalität. Ich muss es aber eben auch in der rechtsextremen Szene machen. Und da ist die Frage, da braucht man verfassungsdienstliche Möglichkeiten. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass man die Möglichkeiten hat, das zu kontrollieren. Also wir können ganz lange darüber sprechen, wie wichtig es wäre, diesen Kampf zu führen. Aber am Ende brauchen die Behörden beispielsweise die Möglichkeiten, eben auch auf Nachrichten zuzugreifen, auf neue Möglichkeiten der Kommunikation zuzugreifen. Und sie brauchen schlicht und ergreifend Personal und die Schwerpunkte, die in jeder Behörde gelegt werden, müssen natürlich auch gelegt werden. Ja, wir sprachen vorher schon darüber, ich stimme dem weitgehend zu, was Sie mir ja gesagt, in manchen Details muss man darüber sprechen, wie viel Zugriff braucht welche Behörde wo und so weiter und so fort. Das sind ja auch Grundrechte, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Das ist ganz klar, das kann man diskutieren. Aber was mir eigentlich noch wichtiger ist, ist, dass wir wieder verstärkt an dem gesellschaftlichen Konsens arbeiten müssen. Und wir haben, glaube ich, heute Abend, heute Nacht festgestellt, dass es ganz viele unterschiedliche Felder betrifft. Es beginnt mit der Bildung, es betrifft Social Media, es betrifft das Einschreiten im öffentlichen Raum. Es ist übrigens ein Thema, das mir dabei gerade noch einfällt, über das wir wahnsinnig oft reden in diesen Tagen, ist ja Diversity. Das ist ja auch ein Modethema und ein Trendthema. Ich finde es aber persönlich auch sehr wichtig. Wir machen auch mit der Welt am Sonntag, bei der ich arbeite, bald eine Konferenz zu diesem Thema. Da fällt mir aber zum Beispiel auf, dass Diversity immer nur in bestimmte Richtungen gedacht wird, aber zum Beispiel nie in Richtung Judentum. Warum kümmert man sich nicht auch darum, dass, wenn man über die Vielfalt der Gesellschaft spricht, über die Vielfalt bei einem Arbeitgeber, über die Vielfalt in einer Arbeitsgruppe, wie auch immer, dass man nicht auch mal die Frage stellt, welche Religionen haben wir denn eigentlich dabei, nicht nur Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, sondern welche Religionen haben wir, ist das eigentlich auch repräsentiert an den Orten, die wichtig für unsere Gesellschaft sind. Also es sind viele unterschiedliche Facetten. Gesellschaft, Politik müssen an alle ran. Es ist nicht einfach. Mir ist wichtig zu sagen, dort wo Grenzen überschritten werden, darüber haben wir ein paar Mal geredet, muss es sehr drastische Konsequenzen geben. Ist Deutschland eine wehrhafte Demokratie im Zusammenhang dessen, was wir diskutieren? Deutschland gibt sich Mühe, eine wehrhafte Demokratie zu sein. Gibt sich Mühe, ja. Gibt sich große Mühe, ja, und hat große Löcher. Ja. Und die wachsen, die Löcher. Leider. Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Um das mal ganz, ganz deutlich zu sagen. Die Frage ist, was kann man alles besser machen? Und das, 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 dazu habe ich auch gesprochen übrigens, als wir vor dem Brandenburger Tor waren gegen Antisemitismus und für die Solidarität mit Israel. Aber natürlich ist Deutschland eine wehrhafte Demokratie und mir sind, ich weiß auch, dass die Staatsanwälte, die Polizistinnen und Polizisten, dort wo sie Straftaten feststellen, wenn die zur Anzeige gebracht werden, dass die auch verfolgt werden. Ich widerspreche dem. Nicht banalisiert werden. Ich widerspreche dem. Aus meiner nicht empirischen, aber Lebenserfahrung sind die meisten Anzeigen in Einstellungen und zwar nach Wochen und Monaten zurückgekommen. Bei mir auch. Und auch wenn man jetzt nochmal, das sind womöglich, Herr Friedmann sagt, nicht empirisch, auch das, was ich berichten kann, sind letzten Endes nur Einzelfälle, die zu mir kommen über den Nachrichtenticker, die zu mir kommen über Twitter und so weiter. Aber wenn man da auch nochmal anguckt, wie, und Herr Zimiak, Sie haben es selber angesprochen, wie oft die Polizei in die falsche Richtung hantiert und dann wird eben die Israel-Fahne weggenommen. Wie oft dem antisemitischen Mob Raum gegeben wird. Da bin ich eben, aber genau an dieser Stelle muss sich doch das Wehrhafte der Demokratie manifestieren. Nämlich, dass der Polizist kommt und sagt, Entschuldigung, es ist das gute Recht, dieses Menschen, dieses Mannes, dieser Frau, hier einen Davidstern zu tragen. Oder es ist das gute Recht einer Stadt zum Jubiläum der Aufnahme der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem israelischen Staat, eine Israel-Flagge aufzuhängen. Und wir sehen aber in eben mehreren Fällen immer und immer wieder, dass es eigentlich in die andere Richtung geht. Und ich will, ich habe manchmal sogar Verständnis für die Polizisten, die sich dann ja natürlich auch einem riesigen Mob gegenüber sehen und vielleicht im Zweifel auch sagen, Mensch, ich entschärfe jetzt erstmal die Situation. Aber genau an diesen einzelnen Punkten manifestiert sich das, was wir als das Wehrhafte der Demokratie begreifen müssen. Nämlich, da muss eben Verstärkung geholt werden, da muss das eben durchgesetzt werden. Und es ist nicht durchgesetzt. Wir haben es heute Abend öfters besprochen. Es gibt ganze Räume, in denen ich mich persönlich nicht trauen würde, mit dem Davidstern zu laufen. Ganze Stadtviertel. Sie haben es selber auch gesagt, man kann kein Auto abstellen. Ich wiederhole mich. Das sind zwei Punkte. Und da fehlt das Wehrhafte. Da ist es schon verloren. Aber da sind drei Punkte. Ich bin auf dem Punkt, Sie sprechen von der Entscheidung eines einzelnen Polizeiführers, der in einer Situation, die ich ja selbst angesprochen habe, die Entscheidung für falsch halte. Ich war bei dem Punkt, bei Straftaten, wo der Tatbestand erfüllt wurde, wo es keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung gibt, dass die durch die deutsche Justiz verfolgt werden. Bei dem Punkt bin ich. Und ich wollte gerne noch mal doch darauf hinweisen, dass sehr vieles, was strafbar ist, nicht unbedingt zu einem Ergebnis im strafrechtlichen Sinne führt. Und wollte vielleicht zum Schluss nur Folgendes noch mal vielleicht ansprechen. Und ich will das auch sagen, vieles, was wir diskutieren, sind in vielen Ländern nicht bessere Verhältnisse. Ja, klar. Und auch das will ich sagen, der Antisemitismus ist nicht eine deutsche Erfindung. Aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. Richtig. Und deswegen diskutieren wir, glaube ich, doch hier noch mal anders als anderswo. Es ist über 30 Jahre her. Da war ich im Vorstand der jüdischen Gemeinde Frankfurt mit Ignaz Bubesseling angedenkt. Und wir haben eines der ersten neuen jüdischen Gemeindezentren gebaut. Und ich weiß, wie wir uns und der Öffentlichkeit gesagt haben, nachdem doch bis dahin die jüdische Gemeinschaft, vor allen Dingen Überleben des Holocaust, immer gesagt haben, eigentlich leben wir auf Koffern. Das Vertrauen kann nicht aufbaubar sein. Und dann kamen wir, die ersten Jüngeren, da haben wir gesagt, wer ein Haus baut, will bleiben. Und es waren ein paar Wochen später in Frankfurt eine Autobombe, die explodierte. Damals gab es weder Flüchtlinge, noch waren es die großen muslimischen Communities. Das war das erste Mal. Und damals, und mit ein, zwei Ereignissen mehr, beginnt die deutsche Polizei, um das jetzt dann doch auch positiv zu sagen, vor den jüdischen Institutionen Wache zu halten. Es sind jetzt drei Generationen später. Jetzt sind es wieder fünf- bis zehnjährige Kinder, die hier aufwachsen. Und ihr Alltag ist, dass sie als Bürger dieses Landes, als Kinder in diesem Land aufwachsen können, wenn sie jüdisch sein wollen, ob in der Schule oder in der Synagoge. Indem sie Polizisten, gut, dass sie da sind und Polizistinnen mit Maschinengewehren, so selbstverständlich sehen, wie es eigentlich nie sein dürfte. Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir erst anfangen können, durchzuatmen, wenn vor jüdischen Institutionen keine Polizei mehr stehen müsste. Und deswegen würde ich gerne noch mal zu den Anfangspunkten am Ende unseres Gesprächs zurückkommen. Es sind schon verdammt viele Anfangspunkte, die von verdammt vielen übersehen werden oder überhört werden. Ja, absolut. Kann ich nur zustimmen. Und das macht mich wütend. Ich bin eigentlich wütend. Also ich habe gar nicht so viel Angst. Also doch Angst, aber in Maßen. Noch mehr bin ich eigentlich wütend über vieles, was angeblich übersehen wird. Und ich glaube nicht, dass das so sehr übersehen wird. Das kann man nicht mehr übersehen, was alles passiert. Und ich möchte zu diesen Abschiebungen doch noch etwas sagen. Ich bin d'accord mit Ihnen. Straftaten, Verbrechen, die müssen wir ahnen. Und es ist gut, wenn wir Menschen abschieben, die hier nichts zu suchen haben. Aber am Ende des Tages haben wir mit einer Mehrheit zu tun, die hier ist, die den Antisemitismus betreibt. Und deshalb gilt unsere Konzentration dann doch der Bildung und Erziehung und Prävention. Und das finde ich eine wichtige Bemerkung. Lassen Sie mich vielleicht das aufgreifen und Ihnen einen Vorschlag machen, wie wir vielleicht bald weiter diskutieren müssen oder sollten. Das Erste ist, und das haben Sie angesprochen. Ich glaube, die Antwort auf den Judenhass, überhaupt auf Hass, ist das Lernen vom Respekt. Und das ist eine alltägliche, gesamtgesellschaftliche Diskussion. Und dort, wo sie nicht stattfindet, vor allen Dingen in den Schulen, werden wir ein paar Jahre später vielleicht hier wieder sitzen und aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen unseren Scheitern feststellen. Und ich will schon damit enden, also Sie haben das ein paar Mal gesagt, meine Eltern haben den Holocaust überlebt. Meine Eltern. Und ich bin mit denen hierher gekommen in einer Zeit, das muss man auch sagen, wo die Mehrheit der Gesellschaft doch eine Nazi-Vergangenheit hatte. Und seien es nur die Tauben und Blinden und die, die ihr Gedächtnis verloren haben. Daraus ist schon eine andere Bundesrepublik Deutschland geworden. Und bei allem, was wir diskutieren, macht mir das eigentlich immer noch Hoffnung. Aber es ist schlechter geworden, so meine ich. Wie meinen Sie es? Also, mir fällt es schwer, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, es findet wirklich ein radikaler Paradigmenwechsel statt in der Handhabung, in allen Bereichen, die wir hier gerade genannt haben, insbesondere halt auch in Teilen der Medien, die halt leider auch was dazu beitragen. Und da muss ich etwas nochmal hier aufwerfen, was wir viel zu wenig diskutiert haben, obwohl wir schon so lange reden, ein ganz großer Teil der jetzt auf uns zukommenden Radikalisierung und antisemitischer, toxischer Bildung findet im Internet statt. Und darauf haben wir noch keine Antworten. Wie gehen wir damit um? Mit irgendwelchen Influh-Hetzern, die 200, 300, 400.000 Follower haben und einfach irgendwelche Propaganda-Bildchen teilen und deren Accounts werden nicht gesperrt. Wie gehen wir damit um? Ich habe allein in den letzten zwölf Tagen oder elf Tagen mit anderen Leuten unzählige solcher Accounts versucht zu melden und nichts passiert. Jedes Mal kriegen wir irgendwelche Antworten zurück von Facebook, von Instagram oder sonst wo. Das ist nicht gegen unsere Gemeinschaftsbestimmungen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eine nicht so unterschätzende Gefahr. Die ist vollkommen abseits von den ganz normalen rechtsstaatlichen Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben, weil das sind oftmals eben Konzerne aus den USA oder noch schlimmer sonst wo, wie Telegram beispielsweise oder Sachen, die wie TikTok aus China kommen. Und da müssen wir uns wirklich sehr, sehr, sehr genau überlegen, wie wir damit umgehen, weil das ist die Radikalisierung in den Kinderzimmern, wirklich in den Kinderzimmern. Da braucht es keine DTIP und da braucht es keine andere solche Institutionen. Diese Radikalisierung funktioniert per Mausklick und man braucht einfach nur einen Account mit irgendwie zwei, dreitausend irgendwie Followern und auf einmal geht irgendwas viral und da erreicht ganz viele andere. Wir sind ja nicht besonders klug und schlau, dass es uns auffällt. Hoffnung oder Skepsis? Das wird immer auffallen. In Bezug auf das, was Herr Salomon gesagt hat, hallo, grüßte Skepsis. Denn ich habe mich als Reporter lange mit Facebook und den anderen Plattformen befasst. Diese Plattformen sind nicht imstande, die großen Probleme und die großen Fragen, die sie für die gesamte Menschheit aufwerfen, auch nur im Ansatz zu beantworten. Sie haben auch gar kein Interesse daran. Ihr einziges Interesse daran ist, Werbeumsatz zu machen. Möglichst so einen Werbeumsatz zu machen, den Wert für die Aktionäre zu steigern. Das ist bei jeder Firma auch okay. Ich bin sehr wirtschaftsliberal eingestellt. Nur wenn man eben an den Grundfesten der Gesellschaften rüttelt, an der Frage, was ist Meinungsfreiheit, was ist Satire, was ist Volksverhetzung, was ist erlaubt und das global. Wenn man die Leute, die früher alleine in der Dorfkneipe saßen und sozusagen der Verschwörungsspinner im Dorf waren, die alleine an der Theke saßen und ignoriert wurden, wenn man die plötzlich global vernetzt und plötzlich werden die zu einer radikalen, zwar Minderheit, aber die radikale Minderheit ist das, was Gesellschaften umdrehen kann. Wenn man also all diese Dinge macht und damit ein enormes Geld verdient, dann muss man sich auch darum kümmern, diese Probleme, die man damit aufwirft, zu regeln. Noch jede Medienrevolution hat zu gewaltigen gesellschaftlichen Verwerfungen geführt. Das ist das, was wir jetzt gerade erleben mit den sozialen Medien und wie gesagt, den Konzernen ist es völlig egal. Meines Erachtens nach müsste es so sein, dass gemeldete Inhalte nicht von irgendwelchen unterbezahlten, auch übrigens extrem schlecht behandelten Menschen, die die sozialen Netzwerke über externe Dienstleister anstellen, beurteilt und dann möglicherweise gelöscht werden, sondern meines Erachtens nach müsste es so sein, in dem Moment, in dem es das Anfangsindiz gibt, dass es sich hier um justiziablen Inhalt handelt, müsste sich eine Behörde, und ich bin wirklich kein Freund davon, Behörden aufzubauen, aber müsste sich eine Behörde aus Staatsanwälten und so weiter darum kümmern und wenn der Post, wenn der Inhalt dann wirklich, sagen wir mal, volksverhetzend ist, also... Aber Sie wissen schon, dass Sie gerade die größte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Bundesrepublik Deutschland ansteuern, wenn Sie sagen, dass für das, was im Netz an Hass stattfindet, man mit so einer Behörde reagieren muss. Ja, aber Herr Friedmann, wenn ich es noch ganz kurz ausführen darf, denn mir ist klar, was ich mache und ich verstehe auch Ihr Erstaunen, aber ich habe... Ich habe überhaupt kein Problem damit, ich wollte es nur gerade konkretisieren. Ja, mir ist das völlig klar, aber jeden Tag findet so viel Hass und Hetze auf diesen Plattformen statt und die Plattformen eben behandeln das Problem nicht systematisch und übrigens auch in umgekehrter Hinsicht sehr, sehr schlecht, weil sie eben auch ständig Sachen löschen, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, was eine Art, nicht Zensur, aber eine Art von Zensur im öffentlichen Diskurs darstellt und deswegen wäre es eben sehr sinnvoll, dass sich hier wirklich ausgebildete Juristen darum kümmern und wenn die Aussage von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, darf sie stehen bleiben. Wenn sie nicht gedeckt ist, muss ein, letzter Satz, Strafverfahren eingeleitet werden, das dann eben auch zu einem Ergebnis... Wenn es schon in der analogen Welt so schwer war, wie wir eben festgestellt haben, genug Staatsanwälte, Polizisten und Richter zu finden und Richterinnen, ist das jetzt der momentane lebende Gau, dass wir sagen, in den sozialen Medien haben wir überhaupt keinen Blick und keine Kontrolle? Nein, das müssen wir haben, denn es darf kein, auch in der Durchsetzung des Rechts, darf es keinen Unterschied geben zwischen der analogen und der digitalen Welt. Das ist ja super facettenreich. Ich nehme nur ein einfaches Beispiel, was ganz was anderes ist, ist das Thema Mobbing. Das Thema Mobbing, was an Schulen stattfindet, mittlerweile ist ja noch viel schlimmer als vielleicht in der Vergangenheit. Wenn ich mir die Berichte anschaue, dass Kinder nicht mal durch einen Schulwechsel sich einer neuen Situation stellen können, mich hat das bewegt, ich war auf einer Veranstaltung in Dortmund und da kam ein Schüler, der war 15, 16 und hat mich angesprochen, Hilfe suchen, das muss man sich mal vorstellen, einen Politiker nach einer Veranstaltung zu fragen, weil er eine Schule gewechselt hat und das dann gleich über WhatsApp-Gruppen, Videos werden geteilt. Es ist brutal für die Kinder und das ist in vielen Bereichen. Aber lassen Sie mich bitte zwei Punkte dazu sagen. Erstens ist es eine Frage der Beteiligung auch an Kosten und der Gewinne. Da hat man eine große Verantwortung. Wir tun das übrigens bei anderen Unternehmen auch, dass man Auflagen bekommt. Wenn man eine Diskothek betreibt, kann man nicht einfach, wenn es dort zu Sicherheitsvorkehrungen kommt, verpflichtet die zuständige Ordnung, bestimmte Sicherheitskräfte, Ersthelfer und so weiter, einzustellen. Wieso soll das woanders anders sein? Zweitens, das größte Problem, das ich sehe, ist ein wirkliches Dilemma, denn eigentlich bestrafen die Algorithmen der sozialen Netzwerke, das was der Erfolg dieser Netzwerke ist, eine vermittelnde, liberale Meinung im Sinne des Zusammenhalts der Gesellschaft. Es wird bestraft und alles, was dem widerspricht, wird belohnt. Ich weiß, wenn ich heute einen Tweet absetze oder einen Post bei Facebook und der ist spalterisch und aufhetzerisch, was ich nicht tue, der wird belohnt. Der wird belohnt durch Aufmerksamkeit und das Vermittelnde wird bestraft. Und das prägt auch die Art zu denken und zu streiben. Und ich glaube, dass das eine Generation prägt. Habe ich Hoffnung, dass es besser wird? Bei den sozialen Netzwerken bin ich, wie Sie es beide bestreiben, sehr skeptisch. Es ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Es ist eine Revolution der Medienlandschaft. Aber bin ich hoffnungsvoll, wenn es um die Gesellschaft geht, abgesehen jetzt von sozialen Netzwerken, ja. Ich sage Ihnen auch warum. Wenn wir die ganze Zeit darüber, oder es klang bei zwischendurch mal so durch, es wird schlimmer. Vielleicht in einigen Bereichen, aber in anderen mit Sicherheit nicht. Wenn man sich erinnert an den Auschwitz-Prozess in Frankfurt, da wurden Täter, die schwerste Verbrechen begangen haben, sowohl im strafrechtlichen als auch wirklich im humanitären Sinne zu Bewährungsstrafen und zu sehr milden Haftstrafen verurteilt. Einer dieser Angeklagten und späteren Verurteilten, ein Apotheker, der an der Rampe in Auschwitz selektiert hat, also entschieden hat, welcher Mensch in die Gaskammer geht und welcher zur Arbeit verpflichtet wird und hat kleine Kinder in die Gaskammer geschickt. Dieser ist nach Verbüßung seiner Haftstrafe entlassen worden und kam zu einem, ich glaube, Stadtfest in seiner Heimatstadt und wurde dort noch mit Applaus empfangen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, sind wir heute weiter oder ist es schlimmer geworden, dann sage ich, natürlich sind wir Gott sei Dank weiter. So etwas wäre heute unvorstellbar. Frau Atasch, verdanken wir das übrigens, weil Sie den Begriff genommen haben, der Diversität dieser Gesellschaft. 25 Prozent der Menschen, die hier leben, sind nicht in oder unmittelbar mittelbar in Deutschland geboren. Das sind übrigens, damit wir das auch nochmal aussprechen, viele Amerikaner, viele Europäer, die in den letzten Jahren auch nach Deutschland gekommen sind. Das sind wunderbare Menschen aus der Türkei, die hergekommen sind. Aus vielen Ländern ist vielleicht dann doch diese Gesellschaft, weil sie so vielschichtiger ist und weil das ja eine schon bemerkenswerte Zahl ist, ist das ein Ausdruck, dass diese Gesellschaft, weil sie so ist, nicht mehr in der Tradition des jetzt von Herrn Simiak berichteten Deutschen, Deutschlands in seiner überwiegenden Mehrheit der 50er und 60er Jahre ist. Hilft das für den respektvollen Umgang mit, ich bin nicht wie du, du bist nicht wie ich, jeder ist wie er ist und solange wir diese Bundesrepublik und ihr Grundgesetz respektieren, ist es auch gut so? Das wäre im Idealfall tatsächlich so, aber den haben wir noch nicht. Wir haben vielleicht eine Diversität in der tatsächlichen Zusammenstellung aktuell, also wenn wir es nur von den Zahlen und Fakten sehen, aber ich glaube nicht, dass wir es verinnerlicht haben, was Diversität im positiven Sinne bedeutet. Ich will zu den sozialen Medien kurz nur was sagen. In den letzten zehn Jahren vor allem hat die Radikalisierung darüber extrem zugenommen. Danke für den Hinweis, dass da ist man sehr blind gewesen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist fast jeder sich darüber im Klaren, dass da Radikalisierung stattfindet. Nichtsdestotrotz fehlt auch da Präventionsarbeit. Ich frage mich, wo haben diese Leute all dieses Geld her, um diese professionelle Arbeit in den sozialen Medien zu machen, die Radikalisierung und wo hat Bildung an der Stelle auch versagt oder auch Politik in diese Richtung versagt, dass man sagt, das müssen wir aufgreifen und eine Gegenaufklärung auch in den sozialen Medien betreiben. Also da fehlt mir die Gegenbewegung und die Diversität, die ich auch sehr positiv sehe. Und Deutschland als Einwanderungsland selbstverständlich schon seit Jahrzehnten ist nicht beantwortet worden als Konzept auch. Ich sehe noch nicht, dass wir eine Einigkeit darüber haben, in diesem diversen Land mit all seinen Vorteilen auch, die es bringt an Bereicherung, an dieser Vielfalt der Kulturen und unterschiedlichen Ethnen und Religionen, dass wir eine vernünftige Einwanderungspolitik in die Richtung gerichtet haben. Und das Positive, was Sie gerade beschrieben haben, was idealerweise möglich wäre, ist aktuell noch nicht der Fall. Im Gegenteil, wir haben es leider Gottes noch mit Parallelgesellschaften zu tun, die sich zu Gegengesellschaften entwickelt haben. Also Entschuldigung, dass ich dieses Wort jetzt am Ende auch nochmal aufwerfen muss. Wir haben ganz einfach Gegengesellschaften wachsen lassen. Also wenn ich sage wir, dann meine ich nicht die, die dauernd darauf hingewiesen haben. Ja, wir mussten uns ja Häme anhören, wenn wir darüber gesprochen haben. Und diese Gegengesellschaften sind es ja die, von denen ihr sprecht, dass man da nicht mehr reingehen kann oder sie sprechen. Also ich will optimistisch bleiben. Ich greife das auf und ich will jetzt dann doch am Ende eine Perspektive aufnehmen, die wir alle diskutieren. Im Prinzip reden wir doch über unsere Demokratie. Ja. Die darf nicht verhandelt werden. Im Prinzip reden wir über unsere Demokratie. In einem demokratischen Staat hat kein Bürger, keine Bürgerin Angst zu haben, dass Diskriminierungserfahrungen hingenommen werden. Aber meine Frage bezieht sich dann doch insgesamt auf die letzten wissenschaftlichen Umfragen. sowohl in der Bundesrepublik West als auch in Ostdeutschland zeigen die Zahlen, dass doch über ein Drittel, fast bis zur Hälfte der Bürger und Bürgerinnen, und da ist nicht unterschieden worden, wer wie was gefragt worden ist, die Demokratie nicht mehr so gut finden. Ich meine, das ist eine Zahl. Zeigt sich an all dem, was wir diskutieren, ich will nicht sagen, dass wir eine Demokratiekrise haben, aber dass wir für das, was Demokratie ist, auch im Netz, ich höre mir das so an, ich denke mir immer, ja, das ist im Netz, aber irgendwo muss es neben den Bots und alles auch Menschen geben, die diesen Hass ja im Analogen diskutieren, und sei es nur in der Dorfkneipe, kann es sein, dass wir das, was wir unter Demokratie verstehen, mit den vielen Menschen, die gekommen sind, mit den jungen Generationen, die nachgewachsen sind, im 21. Jahrhundert viele Jahre schon hätten verhandeln müssen, es nicht genug getan haben, und jetzt verdammt nochmal anfangen müssen, als Gesellschaft mit all dem, was wir sind, Demokratie zu diskutieren, zu verhandeln, dafür zu werben? Haben wir das zu wenig getan? Ja, das erleben wir immer wieder in Schulen. Haben wir das zu wenig getan? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Haben wir es zu wenig getan? Ich würde sagen, ja, und man hat auch total versäumt, das Gute und Positive und Begeisterungsfähige, was daran eigentlich ist, zu vermitteln. Haben wir es zu wenig getan? Mir ist das zu kurz gegriffen. Dann greifen Sie tiefer. Ich greife tiefer. Wir erleben gerade die größte Destruktion überhaupt aller Gesellschaften. Ich würde Ihnen recht geben, wir haben zu wenig getan. Wenn überall alles anders wäre, nur in Deutschland hätten wir Probleme. Das ist aber nicht so. Ich habe das ja nicht gesagt, aber das ist nicht so. Wir erleben die Komplexität der Probleme, die transnational sind. In der Frage, was hält uns zusammen? Was ist die richtige Staatsform? Ich nehme jetzt Demokratie als Staatsform. Nicht nur die Frage der Staatsform, sondern auch der Grundrechte. Können andere Staaten besser handeln? Das ist doch der Punkt. Manche Menschen haben den Eindruck, dass ein Staat wie China in der Pandemie besser vorgeht und sich nicht die Frage stellen, was heißt das eigentlich für alle Menschen in China. Klammerdiktatur. Klammerdiktatur. Sagen aber, es muss doch einen geben, wenn ich manche Umfragen gebe, der mal sagt, wo es lang geht. Das ist die Aushüllung der Demokratie, wenn es einen gibt, der mal sagt, wo es lang geht. Vor allem wird es schwierig, wenn das nicht die Richtung ist, die man selbst will. Also wir erleben jetzt diesen Umbruch in allen Staaten. Wir erleben übrigens in der Europäischen Union die Frage, was hält uns zusammen, was sind gemeinsame Werte? Wir haben diskutiert über die Frage, ist viel das Mitglied der Europäischen Volkspartei? Jetzt plötzlich sehen wir, die sind nicht mehr Mitglied der Europäischen Volkspartei. Die Probleme sind aber da. Die sind ja nach wie vor, nach dem Brexit sind die Probleme weiterhin da. Wir wählen in Frankreich, wir haben Wahlen in anderen Staaten, auch in Deutschland. So und deswegen glaube ich, dass dieses Jahrzehnt ein Jahrzehnt der Verhandlungen sein wird. Nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt. In der Frage, wie wir zusammen leben und welche Werte wir teilen. Und das müssen wir ausdiskutieren in Deutschland. Das heißt deshalb, nicht nur haben wir was versäumt. Ich glaube, dass man nicht alles antizipieren konnte. Durch die Digitalisierung und Globalisierung wird es auf die nächsten Jahre. Wir sind mitten im Umbruch. Reden wir genug über diesen Umbruch? Ich muss die Frage noch eine Runde spielen, weil es tut mir leid. Auch wenn jetzt die vertiefte Analyse durchgerechnet und durchdekliniert wurde, auch das ist nicht neu. Seit Jahren sind all diese Globalisierung, Digitalisierung, verändernde geostrategische Situationen, übrigens auch dieser Sündenbock, das Weltjudentum, das mit all dem zu tun hat, um auf unser Thema zurückzukommen. Irgendwie immer dieser Sündenbock. Dann stellt sich dann doch die Frage, wir sind jetzt im Jahre 2021. Diskutieren wir in diesem Land genug und diskutieren wir so streitig in der Form wie im Inhalt, wie es sich für eine Demokratie bedingt oder überlassen wir den Diskursraum nicht zu sehr den radikalen und teilweise antidemokratischen Kräften? Warum erobern wir uns das Netz nicht zurück, frage ich jetzt ganz kindisch. Weil die Algorithmen es nicht zulassen. Weil das jetzt Mechanismen voraussetzt, die spalterisch sind. Und warum erobern wir uns den demokratischen Diskursraum nicht noch mehr zurück? Das ist der Punkt, Herr Friedmann. Ich finde, es wird genug geredet. Die Probleme sind auch relativ bekannt. Es wird zu wenig gehandelt. Bei fast allen Themen, die wir heute Abend gestreift haben. Bei den sozialen Netzwerken, bei den Firmen kann man direkt anfangen, kann sagen, warum wird das von Brüssel aus nicht stärker sanktioniert? Warum gelingt denen nach wie vor dieser Trick, keine Steuern zu bezahlen? Warum werden die nicht jeder, jede private Fernsehsender, der aus Versehen irgendwie zur Mittagszeit ein Erotik-Filmchen zeigt oder der hat nur ein einzelnes Bild, muss blechen, blechen, blechen? Die sozialen Netzwerke, viel, viel, viel reicher, unendlich reiche Firmen, begehen jeden Tag oder auf ihnen werden jeden Tag massivste Straftaten begangen. Hass, Hass, Hass. Es wird überhaupt nicht geblecht. Oder nur sehr wenig. Wo sind die Milliardenstrafen? Und das ist nur der Komplex soziale Netzwerke. Auch bei allem anderen, was diese Gesellschaft erodieren lässt. Was diesen großen Umbruch beschreibt, den Paul Ziemia gerade zusammengefasst hat und über den wir letzten Endes heute Abend gesprochen haben. Insbesondere auch beim Thema Antisemitismus. Wir reden darüber, wir sehen es, aber wir tun nicht genügend. Bis hin zur Außenpolitik. Sie selber haben Iran angesprochen. Bis hin zur Migrationspolitik. Bis hin zur Bildungspolitik. Bildungspolitik. Überall, in allen Feldern. Und deswegen meine Antwort, wir reden eigentlich genug, aber wir tun zu wenig. Und wir tun zu wenig. Ich nehme das zum Anlass, um zu sagen, wir haben drei Stunden geredet. Nicht genug, aber wir tun jetzt wieder was. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Ach, ich wollte eigentlich jetzt noch den Satz von George Tabori hier zitieren zum Ende, der geschrieben hat, und ich finde das literarisch, die Übersetzung des juristischen, die Würde des Menschen ist unentastbar sehr schön. Jeder ist jemand. Viel zu viele reden wieder über viel zu viele Menschen, als wären sie niemand. Wir reden jetzt nicht, wir agieren wieder ab morgen früh. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir diesen Abend geschenkt haben, Ihre Zeit geschenkt haben. Ja, und das gehen wir einfach. Danke, dass Sie da sind. Kommen Sie. Vielen Dank. So, los. Untertitelung. BR 2018